Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Roman Stars Podcast. Heute ist Chapter 1099. Wir stehen ein Chapter vor dem nächsten, hunderter Chapter vor dem nächsten Jubiläum gefühlt. Und ja, as always, sind die zwei sweeten Boys natürlich hier im Start. Victor und Henry, was geht? Hallo zusammen. Hi, hi. Wir bringen das sweete. Benny bringt den Spice. Yes. Benny bringt's. Benny bringt's. Kennt einer den, ihr scheint es zu kennen, den Getränkelieferanten. Nee, tatsächlich nicht. Achso, also du wusstest jetzt gar nicht. Ich finde die Alliteration gar nicht. Es gibt einen Getränkelieferanten, der Benny bringt's, heißt es. Interesting. Benny, ich habe eher gerade dann so eine, hier so Marzipan-Schokolade, nee, Zimt-Schokolade, Minz-Schokolade gedacht oder sowas. After Eight. Ja, so After Eight oder so. Mag ich überhaupt nicht, aber ich glaube, das sind wir. Sind wir das After Eight der Podcast-Szene? Maybe. Maybe. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele von euch uns immer After Eight hören, können uns ja gerne Bescheid sagen, ob wir eher so eine Abendveranstaltung sind oder eher so eine morgendliche Routine. Mich würde es tatsächlich auch interessieren, weil ich habe heute jetzt mal nach Monaten wieder gemischtes Hack gehört, weil ich war echt ein bisschen raus, habe es jetzt nach der nächsten Season nicht so gefühlt, habe da jetzt aber durch einen Freund eine Empfehlung bekommen, mit welcher Folge ich anfangen soll. Und das ist die vorletzte Folge, die heißt auch irgendwie Unter, wie hieß sie, Unterfach oder so einfach, also dieses Fach unter einem Einkaufswagen. Und da gab es zwei Dinge zum einen. Heißt das so? Nö, die haben das einfach dann für sich so gesagt, ja, ja, das ist das Unterfach. Und auf jeden Fall ging es in der Folge halt darum, dass, oder um zwei Sachen. Zum einen, dass halt Piloten anscheinend gerne Podcasts hören, wo ich mich halt fragen würde, ob man in der Community einen Piloten oder so hat, der den Podcast wirklich hört, so und über den Lüften sich One Piece gelaber anhört, was ich tatsächlich aber nicht glaube, dass das bei uns der Fall ist. Und zum anderen, dass halt anscheinend ein Pärchen ein Kind hat und die immer Tommy gerne anmachen, damit er halt, damit das Kind einschläft. Und dann haben sie halt sozusagen immer diese, weil Tommy macht, spricht manchmal so einen sexuellen Boomer und dann haben sie immer so, schau mal vor, die machen immer diese Szenen einfach an, damit das Kind einschläft, so und jetzt schlaf mein Kind. Und das machen die tatsächlich, das ist ganz lustig, dass du das erzählst bei Baywatch Berlin, dem Podcast, den ich in der Regel immer höre, da wurde das auch mal erzählt, dass irgendwie immer, wenn, die haben da eine so eine Rubrik, Schmidis Technikecke und dann, wenn Schmitty halt einer von den dreien dann über seine Technik irgendwie abnerdet, dann wird das immer angemacht irgendwie, auch für das kleine Kind, damit es einschlafen kann. Das ist doch süß. Und ich frage mich tatsächlich, ob es halt Leute gibt, die zu unserem Podcast einschlafen, die dann sich sagen, ey ja, ich gönne mir jetzt einfach mal 90 Minuten One-Piece-Gelaber. Bestimmt. Und dann am nächsten Morgen wache ich auf und merke so, ah fuck, ich muss nochmal hören, weil man nicht alles mitbekommen hat. Das habe ich immer beim Fernsehen gucken, bei manchen Folgen, wo ich mir denke, ach, die kann ich eigentlich nochmal von vorne gucken am nächsten Abend. Bei Podcasts habe ich das ja dann so sehr oft, da wird dann so ein Podcast zum Schlaf-Gee-Podcast ernannt und dann wird die Folge halt auch so gefühlt eine Woche oder anderthalb so dran rumgeknabbert, weil man dann immer so die anmacht und dann schläft man ein, dann ist man so, ja, ich mache erst mal wieder von vorne an. So, und dann geht das so zwei, drei Tage, dann macht man so bei fünf Minuten, bei 15, bei irgendwann bei einer halben Stunde an und ist dann so, arbeitet man sich nach vorn, bis man das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt nur noch 20 Minuten von diesem Podcast übrig, das lohnt sich nicht, ich nehme jetzt den nächsten zum Einschlafen. So, und so mache ich das tatsächlich ganz oft. Ist ja immerhin, dann hast du trotzdem so 80 Prozent vom Podcast gehört, ist immer noch ein super Wert für die Leute. Ja, so richtig, genau. Und da haben wir es wieder. Ja, das Handy ist runtergefallen. Der Handy runter war ein Moment. Wir haben diesen, äh, bei Dragon Ball Abridged haben sie doch, oder bei Dragon Ball Z Abridged haben sie doch den Kralin-Owned-Counter. Wir müssen auf jeden Fall jetzt den Victor-Sandy-Feld-Runter-Counter hier mit einbauen. So, ähm, ich glaube mittlerweile im Podcast wahrscheinlich schon zum 39. Mal oder so ist das jetzt passiert. Das passiert eigentlich immer einmal mindestens. Ich wette mit euch die Leute halten, auch, äh, diligent Buch, wette darüber, ob das passiert ist. Einmal bitte in jeder Folge dokumentieren, wo das passiert ist. Wobei wir es ja erst jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, erwähnen. Ja, ich glaube, wir haben es jetzt erst, diesen Monat haben wir es, glaube ich, established. Es gibt aber bestimmt den einen oder anderen, dem das exakt jedes Mal ultra auf den Sack geht. So, der es vielleicht so ganz rigoros immer eingetragen hat. Aber hey, fühlt euch alle frei, die Folgen nochmal zu, äh, neu zu hören. Ja, und zählen wir auf dich mein Handy. Und schickt uns gerne einen laminierten Hassbrief dann einfach zu, wo ihr euch drüber aufregt. Ja, mit Geld drin, aber dann. Ja, aber. Hassbriefe nur mit Geld. Ja, und laminiert bitte. Ganz, ganz wichtig. Aber nicht das Geld laminieren. Nee, das nicht. Frage mich, kann man laminiertes Geld zum Einkaufen abgeben? Weil es ist ja legit Geld. Ich glaube, das zählt dann bestenfalls. Ich glaube das nicht. Bestenfalls zählt das als beschädigt und du kannst es in der Sparkasse eintauschen. Wahrscheinlich kannst du es austauschen. Kann man etwas Laminiertes entlaminieren? Oder ist etwas, was laminiert ist, für immer laminiert? Boah, gute Frage. Schwierig. Gibt es eine Entlaminierungsmaschine? Nee, das ist halt das Ding. Gibt es das? Weil es ist ja schon so dieses so herfliche... Weil ich glaube, handlich kannst du es nicht entlaminieren. Ich glaube, du müsstest ja irgendwie so einen dünnen Streifen abschneiden, dass du halt nichts von dem eigentlichen Teil abschneidest und dann praktisch hoffen, dass das wie so eine Tüte aufgeht. Anders? Weiß ich nicht, ob das geht? Ich glaube, Zorro könnte es entlaminieren mit so einem Clean Cut. Der wird so zwischen Folie und Gegenstand mit dem Schwert gehen. Ja, safe. Also oder SPS, nicht SPS, Fan-Request-Build. Zorro zerschneidet laminiertes Papier irgendwie. Das wäre auf jeden Fall cooler als das Fan-Request-Build, was wir dieses Chapter bekommen haben. Das fand ich sehr langweilig, muss ich sagen. Da hatte Oda schon bessere. Aber die Ideen kommen ja nicht von ihm. Nee, das ist ein Klassiker, ne? Das ist halt so ein Charakter, den ich nicht erwartet hätte tatsächlich, sodass Oden irgendwie in so einem Fan-Request-Build drauf ist. Weil oft hast du Strohhutbande, ehemalige Antagonisten, so hast du, so in irgendeiner Art und Weise. Und wirklich, ja jetzt in den letzten Fällen war es ja Kuma dann ab und dann mal, dass wir den auf dem Fan-Request-Build hatten, ne? Also langsam wird es echt mal Zeit für eine neue Cover-Streme. Yes, aber du weißt ja auch, wie lang ist es jetzt her? Ein halbes Jahr oder so? Ich glaube gar nicht, so lange tatsächlich. So lange ist es ja gar nicht, ne? Seit Germa-Kram. Germa, stimmt, ne? Doch, das ist schon lange. Also ein halbes Jahr, aber doch bestimmt. Das lief ja noch während Egghead. Das lief auf Egghead, das lief auch noch. Ich schaue halt gerade. Aber Egghead läuft doch auch schon seit Anfang des Jahres. 1078 ist die Cover-Story zu Ende gegangen. Also ja, fast mehr als 20 Chapter. Das ist aber auch, glaube ich, so ein Ding. Ja, wobei, es ist ein halbes Jahr dann, ne? Ungefähr. Ja, fast schon ein bisschen länger mit den ganzen Pausen dazwischen und so wahrscheinlich. Aber es ist auf jeden Fall dieses Jahr zu Ende gegangen, ne? Und ja, es ist halt die Frage, was Oda jetzt machen will. Macht er dann wirklich den, ey, wir haben jetzt Capone, wir haben die Germa und wir machen jetzt noch die Fischmenschen irgendwie, die halt auch noch flüchten müssen. Die fehlen ja noch. Die fehlen noch. Ich glaube, die off-screened, ja. Die haben wir halt ja auch schon erzählt. Ja gut, dann tauchen die halt einfach unter. Also das ist ja jetzt nicht so viel Story-Potenzial. Wohingegen hier, ja, hier wurden welche entführt und die musst du wiederholen. Da hast du dann zumindest ein bisschen Plot. Oder die Suche nach Lola sozusagen, nach der Schwester, die noch am Leben ist. Das heißt, da hatte man Ideen. Aber sonst tatsächlich, was ich ja schon mal gecallt hatte, eventuell wird es einfach Yamatos Journey in Wano, dass sie die Oden-Journey macht. So, das wird sich, glaube ich, anbieten einfach. Ja, wobei man sich dann auch wieder fragen muss, so wie, ja gut, ich meine, es muss ja eh nicht so krass interessant sein und so. Nee. Aber ich meine, dann hast du halt diese Cover-Story und die spielen ja dann nur auf Wano quasi. Oder magst du ja auch, die Cover-Stories dafür zu nutzen, so, ja, guck mal, und jetzt sind die ganz woanders. Ich sag's dir jetzt schon, alle Loose Ends von Wano werden dann in Yamatos Cover-Story erklärt. Sie besucht Ryumas Grab, wir sehen das Kind von diesem Berggott, so, was mit denen, mit denen sie sich dann anfreundet. Keine Ahnung, Yamato reist dann eben auch nach... Ja, hier dieser Woll, Quatsch-Fuchstyp. Genau. Fauen wir mal vor. Ja, weil das ist ja irgendwo schon das Coole an Wano, muss man sagen, dass es ja aus, glaube ich, sechs oder sieben Gebieten besteht oder Inseln, die ja zusammengeführt sind. Und dadurch hast du ja gefühlt jede Jahreszeit irgendwie, die du da zeigen kannst. Und ich schätze auch mal, oder könnte da wirklich ein paar Sachen noch zeigen, für die er vielleicht bei 150 Chaptern keine Zeit hatte, die zu zeigen während des Arcs. Ja. Was halt ein bisschen ironisch ist, aber ja. Aber es wäre natürlich schon wieder das Ding, wir sind dann wieder sehr früh auf Wano. Und du hast schon recht, Viktor, eigentlich will Oda ja gerne Sachen zeigen, die around the world passieren. Aber selbst jetzt so wieder eine Cover-Story zu machen, wo er die ganzen anderen Charakter zeigt, die jetzt auf Gear 5 Ruffy und sein neues Kopfgeld reagieren, und das hatten wir auch gefühlt schon nach, ich glaube, nach oder während Whole Cake Island. So, was natürlich auch jetzt mittlerweile sechs Jahre her ist. Ey, ich würde doch sowas nehmen wie, keine Ahnung, King of Queen und King of Queens. Ja, genau. So, wie die, keine Ahnung, halt irgendwie eingesammelt worden sind oder entweder aus Wano weg wollen oder halt doch irgendwie von der Marine genommen wurden. Ja, würde ich auch cool finden. Ich würde da tatsächlich dann sogar eine Stufe runtergehen und sagen, vielleicht die Tobiropo. Ja, sowas. Also, dass die, so gerade Ulti und Page One, die wurden ja schon sehr Fan-Favorites. Dann nehmen die beiden, genau, das Geschwister-Duo, Power-Couple. Dass man die irgendwie halt hat. Und dann, ähnlich wie halt die Barock-Firma, die ihre Cover-Story hat, das hast du halt jetzt die beiden als Lead-Charakter. Und dann natürlich sieht man auch die anderen irgendwie. Dann nehmen die noch den Triceratops-Dude mit. Genau, Sasaki. Sasaki, der sich dann vielleicht auch mit Oma Kokolo wieder... verbündet und in Water 7 bleibt, keine Ahnung. Weil es da einfach die beste Bar gibt, irgendwie. Das heißt, das wäre dann... Ja, es muss ja auch eine neue Bar eröffnet werden. Aber ist die Theorie, dass die verwandt sind? Ja, die Theorie, aber es ist, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr bestätigt. Also, die Theorie ist, dass Oma Kokolo die Mutter von Sasaki ist. Die Mutter? Die Mutter. Also, es ist ja Toms Papa, äh, Toms Sohn. Nee, Tom ist ja nicht der. Tom und Oma Kokolo... Die waren doch zusammen? Nein, waren die nicht. Im Anime wird das so dargestellt. Die waren nicht zusammen. Aber die Folgen habe ich ja neulich noch gesehen. Die waren nicht zusammen. Das war halt so, wie halt die Sekretärin, also so wie Khalifa im Endeffekt für Eisberg. Das Ding ist, ich glaube, es wurde sogar in einem SBS, wurde vom Mann gesprochen, von Oma Kokolo. Und man weiß, dass sie halt einen Sohn hat. Und Chimney hat halt keinen Vater. So, das ist ja ihre Enkelin. Das heißt, gerade bei der Haarfarbe und ey, ihr Sohn, vielleicht ist das einfach ein starker Pirat, ne, dass der dann sozusagen, er ist ja auch ein Fischmensch, ne, also, dass da halt irgendwie... Aber wie funktioniert das nochmal? Also, mehr Volk kriegt doch mehr Volk. Ja, aber wenn der Mann, wenn der Vater ein Fischmensch ist... Tom! Ja, aber wie gesagt, das ist halt so ein... Das war eine sehr populäre Theorie, bevor das Ganze irgendwie mehr behandelt wurde. Und deswegen haben wir auch damals vermutet, dass Frankie gegen ihn ja kämpft. Und in dem Kampf dann die... Weil Frankie brot sich ja immer mit seinen Antagonisten an, auch mit Senior Pink oder jetzt mit Sasaki, aber irgendwie, ja, kam es nicht dazu. Es kam nicht zu mir. Ich finde aber, wenn man, selbst wenn man es heute noch retconnen würde, es wird halt passen vom Zeitlichen her. Also, du könntest es schon erklären, weil ich glaube, Oma Kokolo ist irgendwas mit Ende 60, Anfang 70 so. Und wenn der Dude Mitte 30 ist, wie Frankie, Mitte 30 ist, wird das ja schon Sinn ergibt. Aber ich glaube, mittlerweile glaube ich auch nicht mehr dran. Aber ja, Oden in der Cover-Story, schön mit Tanookis, nicht mit Choppers. Nee, richtige Tanookis. Richtige Tanookis. So, die haben... Was haben sie denn da in seinen Haaren einfach so? Die frisieren den da. Die frisieren den da. Glockenwicklern und allem drum und dran. Der eine ist da ein bisschen am Schnibbeln. Mit Kämmen sind die da zugange. Wo du gerade Chopper erwähnt hast, ich habe diese Woche bei YouTube ein Video gesehen, wo so verschiedene Synchronsprecher erraten werden mussten. Und das Overall-Thema, was auch der Titel vom YouTube-Video war, war halt so irgendwie Sitcom-Synchronsprecher. Und da war halt dann der Synchronsprecher von Ted Mosby und der synchronisiert einfach auch Chopper. Ja, ja, ja. Das war mir gar nicht bewusst. Das finde ich echt richtig lustig, dass er einfach Ted Mosby und Chopper synchronisiert. Chopper. Ach, witzig einfach. Ja. Der hat ja im Original halt so eine normale Männerstimme. Also im Deutschen. Ja, im Deutschen wird er ja von einem Mann synchronisiert, von Ted Mosby halt. Ja, genau. Und im japanischen Original hat er also die Pikachu-Stimme. Genau, das ist ja eine Frau. Ja, crazy, ey. Aber wieder was gelernt, ey. Ja, ja. Das so. Das wollte ich noch gerade einbringen, weil wir gerade Chopper gemanschont haben. Wie nice. Ja, aber Chapter hat nicht wirklich einen Fokus auf Chopper tatsächlich. Auch nicht wirklich einen Fokus auf... Wobei ein kleines Chopper-Easter-Easter-Exo gesehen gab es. Ja, ich glaube, ein ganzes Strohhutband-Easter-Easter-Exo ist hier drin. Also das muss man schon sagen, das Chapter trägt den Namen Pazifist. Ich glaube, man weiß ungefähr, um was es halt geht. Aber es ist echt ein reines Callback-Chapter. Ich finde, es werden so viele Referenzen zu vorherigen Events. Es werden auch für so ein bisschen zukünftige Events natürlich angeteased, aber es ist viel einfach Reference. Als ob Oda sich gesagt hat, ey, ich muss noch ganz, ganz viele Referenzen einbauen, so damit ich zeige, dass ich mein Worldbuilding verstehe. Lass mal grad gucken, was ich hier reinsprinkeln kann. Ja, aber erst mal losgehen tut es ja praktisch mit dem, wo das letzte Chapter geendet hat. Das ist jetzt weniger Callback, also Callback zum letzten Chapter. Callback zum letzten Chapter. Es ist halt echt dieses Klassische, es geht sofort weiter einfach. Kein Timeskip, kein gar nichts. Genau. Aber wobei, direkt auf der ersten Seite ist es doch ein Callback, denn dieser König-Beckery-Beckery-Man, ich bleibe hier die ganze Zeit im Englischen erwähnt, erwähnt ein anderes Königreich, bei dem er sich für diese Säuberung orientiert hat. Weil, ja, sein Plan ist nach wie vor, dass das Sorbet-Königreich, glaube ich, boah, jetzt muss ich nochmal grad die politische Struktur im One-Piece-Universum rekapitulieren. Was will er nochmal erreichen? Er will, also sie werden ja keine Himmelsdrachen-Menschen, sondern sie werden... Er will einfach nur, dass sein Land sauber ist, damit er... Dass es einfach besser ankommt bei den Himmelsdrachen, ne? Dann will er das Image, der... Die Great Terminal verbrennt. Genau, genau. Und das ist, Viktor sagt es, das ist natürlich hier der Callback. Yes. Das Great Terminal. Finde ich interesting, weil wir noch als Sorbet das erste Mal mit der Map gezeigt wurde, wir halt auch so ein bisschen spekuliert haben. Ey, das erinnert ja schon so ein bisschen daran, dass die da halt verbrannt wurden. Und finde ich halt interesting, dass du halt wirklich diese, ja, sehr... Eigentlich ist er ja schon ein Tyrann irgendwie, dass er dann halt sich sagt, oh ja, ich hab da eine Inspiration gefunden von einem anderen König, der eine gute Idee hatte. So, ich will das halt auch machen. Ja, haben sie wahrscheinlich bei der letztmaligen Rivalry drüber gesprochen. Ja. Wo er anscheinend immer noch eingeladen wurde, ne? Nachdem er ja eigentlich erst mal von Kuma rausgeschmissen worden ist. Weil er ist ja anscheinend König geblieben irgendwie, oder? Ja, du auch. Ich kann es mir ja nicht anders erklären. Es wird ja später nochmal drauf eingegangen, dass er halt immer noch von der Weltregierung supportet wird scheinbar. Also wird es wahrscheinlich auch so sein, dass er alles an Geld, Männern, also Kampfkraft und Waffen kriegt er von der Weltregierung gestellt, weil die halt ein Interesse daran haben, wahrscheinlich Kuma persönlich in den Arsch zu treten, so blöd gesagt. Und halt das Sorbet-Königreich wiederzukriegen, weil wie, das kann ja nicht sein, dass wir wieder so ein unabhängiges, komisches Ding haben. Finde ich sehr interessant tatsächlich, weil was zum einen, warum haben die so ein Interesse am Sorbet-Königreich? Also warum ist dieses eine Königreich so wichtig? Dann war bei mir der andere Gedanke, ey, ist das vielleicht wirklich eins der 20 Königreiche damals, die sich vielleicht gegen das antike Königreich gestellt haben? Und deswegen wäre dann dieser Bu-Wieser, Bu-Kari? Becquery. Becquery. Er wäre dann quasi der offizielle Retainer des Throns. Genau, genau. Was wiederum aber, und dann ist halt wieder der nächste Gedanke, der dann kam, weil in diesem Chapter erfahren wir ja, dass es vor diesem Dude ja schon einen König gab, der halt, das heißt, der wurde schon mal ersetzt oder dieser alte König wurde dann ersetzt wegen irgendwas. Außer die sind verwandt in irgendeiner Weise, so über drei Ecken. Aber dann, da greifen wir jetzt natürlich schon ein bisschen vorweg, aber theoretisch ist ja dann immer noch alles cool, weil Kuma haut dann ja ab und setzt den alten, alten König, wie sie ihn nennen, hier wieder ein, der, wenn wir jetzt der Logik folgen würden, ja theoretisch auch zu der Familie irgendwie gehört. Das ist so ein bisschen dieses Naruto-Ding, wo der Hokage der dritten Generation am Anfang an der Macht war, obwohl es schon einen vierten Hokage gab. Ja, da muss sie zurückkommen. Maybe, also dass die dann zum einen ein Verwandtschaftsverhältnis haben oder eben, weil, das ist der andere Gedanke, der dann kam, hey, vielleicht zahlen die auch einfach weiterhin alle den himmlischen Tribut und solange sie den halt zahlen, supporten die halt dann noch den König. Ja, aber wer zahlt den denn, weil der König hatte keine Untergebenen mehr? Der ist ja theoretisch, was hat denn der noch? Welchen König meinst du jetzt, Bakary oder die König? Der hat ja nichts. Aber dann wird ja der, die Insel nicht mehr zur Weltregierung gehören. Tut sie ja in dem Moment, in dem er der König nicht ist, nicht mehr. Das ist halt genau das, was halt so alles sehr weird wirkt, weil dann fragt man sich wirklich, weil die Weltregierung, wir haben es häufig gesehen, ey, wir brauchen eure Hilfe und dann tun sie einfach nichts, auch wenn sie zur Weltregierung gehören. Und hier gehört er dann ja theoretisch nicht mehr dazu. Und das ist das Problem. Genau, und das ist halt das so weirde irgendwie so. Und darauf schließend würde ich ja schon irgendwie gehen, dass halt wirklich die vielleicht einer von diesen 20 Originalkönigreichen halt waren und die halt deshalb dann, also die Weltregierung sagt, okay, wir helfen dir. Ja, oder halt wirklich ganz simpel, du hast da jetzt diese Revolution und du hast halt immer noch diesen König, der halt bereit ist, dort als deine Puppe zu agieren und alles zu tun, was du willst. Warum denn dann jemand anderen nehmen? Und anders gefragt, ignorieren kannst du das halt auch nicht, weil es ist deins. So, wie, das ist nicht mehr meins. Also Interesse hin oder her, egal wo das geschehen würde, so hätte die Weltregierung ja was dagegen. Bei jeder Revolution hat die Weltregierung ja was dagegen und versucht ja auch dagegen anzukämpfen. Ne, insofern ist das hier halt schon konsequent, dass die halt sagen, ey, wir wollen das wieder unter unsere Kontrolle bringen. Wie machen wir das? So, okay, wir haben hier einen Spendam-artigen Dude, der einfach alles tut, was wir ihm sagen. So, perfekt. Besser geht's nicht. Ja. So, und dann, wie gesagt, ich gehe davon aus, der hatte nichts, nachdem Dragon und so den rausgeschmissen haben, war da irgendwie auf einem Floß, halbnackt, wurde dann von irgendeiner CP aufgelesen, die wussten, dass der da ist und dann wurde er wieder aufgepäppelt. So, Game of Thrones-Style, erst irgendwie so, weiß ich nicht, war da irgendwie am Hof die ganze Zeit Speichellecken, bis dann gesagt wurde, okay, hier nimm deine Schiffe, die verlorst, gemachtet. Ja, sie werden ihn auf jeden Fall gefunden haben müssen, weil dadurch, dass die Revolution da war, oder die Revolutionäre, wird das ja auch in der Zeitung berichtet worden sein, dass halt das Sorbet-Königreich gefallen ist sozusagen, ne, und ich glaube, dadurch wird die Weltregierung auch schon wissen, was da passiert ist. Aber, ja, ich finde es halt spannend, einfach, dass halt bei manchen, da juckt es die Weltregierung halt nicht und bei anderen sagen sie sich schon, ey, nö, das supporten wir jetzt. Wahrscheinlich ist da die Antwort irgendwo in der Mitte. Zum einen ist der halt gehörig, ne, der macht halt das, was die Weltregierung sagt, der vermittelt ja auch deren Werte. Ist ja schön, wenn man so jemanden dann an der Macht hat, ne, anstatt halt einen, ja, einen Kuma, der ja anscheinend das Gute für die Leute will, so, das wird ja nicht gewünscht. Man muss ja auch die Prioritäten so ein bisschen bedenken von der Weltregierung, die wollen ja nicht, dass es dem Königreich gut geht. Das ist ja nicht das Ziel, sondern das Ziel ist halt, es unter Kontrolle zu haben und deswegen helfen die. Und den himmlischen Tribut wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich werden die gesagt haben, ja gut, wir helfen dir, aber dann gibt es jetzt den himmlischen Tribut mit, weiß ich nicht, 10 Prozent Zinsen oder so. Ja, aber das ist ja gar kein Problem, weil wir verbrennen ja alle, die den eh nicht zahlen können und dann müssen wir nur eh ganz ein bisschen zahlen. Das ist ja so der große Plan dahinter. So, und deswegen, glaube ich, helfen die halt bei sowas schon, aber wenn halt die Bevölkerung in Gefahr ist, nicht. Nicht, weil, wofür, das brauchen wir nicht, so, ne, das bringt uns nicht weiter. Und ganz kleiner Nachtrag noch zu dem Thema, wie haben die den aufgegriffen? Wir haben ja gesehen auf Warno, dass selbst in einem unabhängigen Königreich die CP0 sich eingezeckt hat, vermutlich ist bei diesem alten König, der da regiert hat, jeder Berater irgendwie CP6, 7, 8 Dude gewesen, der da drin war und die wussten immer ganz genau Bescheid, was da abging. So, ne, und es gibt ja auch immer noch dieses Kapitel, wie da eine geführte schwarze Teleschnecke, die zum Abhören und allem funktioniert. Und wenn wir eins von der Weltregierung gelernt haben, dass die schon gerne ihre Ohren überall haben. Ja, natürlich, absolut. Ist ja schon ein bisschen so ein Überwachungsstaat in irgendeiner Art und Weise, ne. Gerade halt diese 170 Königreiche, die ja zu denen gehören. Und wie du schon gesagt hast, ne, wo halt einfach Kontrolle auch da sein muss. Weil ohne Kontrolle passieren halt solche Sachen und dann wird halt ein himmlischer Tribut nicht gezahlt. Und ich glaube schon, wie wir ja bei den Tenryubitu halt mitkriegen, das Wichtigste ist halt, dass das Money fließt, ne, damit die halt so leben können, wie sie leben, ne. Daher, aber finde ich halt auch interessant, dass dieses Ereignis dann ja einfach als die, die One-Man-Revolution bekannt wurde, weil ja Kuma allein einfach ausgereicht hat, um, und das ist halt sehr schön hier dieses, das Schloss geht einfach kaputt. Und dadurch wird dann sozusagen der Sieg suggeriert irgendwie und wie auch schon seit Ewigkeiten vermutet, ne, er wird halt als Tyrann bezeichnet, nicht weil er wirklich einer ist, sondern weil halt dieser König sozusagen halt das verbreitet hat. Er hat das Königreich an sich gerissen und das ist halt eine Lüge. Ja, ich finde es ganz schön, wie dann direkt auf der nächsten Seite schon, ja, dieses vom Ursus-Schock zerstörte Schloss direkt wieder aufgebaut wird, ähm, mit dem, ähm, praktisch mit der, mit dem Erklärkästchen, dass jetzt ja Kuma der neue König ist, der praktisch keine andere Wahl hatte, als, äh, die Wahl anzunehmen. Ähm, äh, wenngleich er ja, ähm, mehr oder minder nur ein repräsentativer König zu sein scheint. Also die wahren Geschicke des Königreichs leitet dann ja wieder dieser vorherige König Bulldog. Ja. Ähm, also so ein bisschen, wie man es ja aus heutigen Königreichen auch kennt, dass die Könige ja eher einen repräsentativen Charakter haben, ähm, aber dann die Staatsgeschicke dann ja eigentlich andere übernehmen. Ähm, ähm, ja, weil Kuma will halt lieber wieder in seine Kirche zurück, äh, und den, den alten Leuten helfen. Ja, jetzt ist er wieder friedlich, ne? Genau. Also ich muss ja recht sagen, so auf dieser ersten Doppelseite, so, ich finde halt auch dieses Bild unten links in der Ecke halt so krass, wo man ihn halt so in seiner kompletten Wut mit seinen, äh, hier den Zähne gefletscht sieht und so, das ist schon fucking krasser Typ, Alter, so, man sieht's ja, ne, die One-Man-Revolution, wie gesagt, hab, das ist halt auch so ultra badass, ne, so, ich mein, krass kann man sein. Ich finde gerade, ich finde gerade bei Charakteren, die halt immer so friedlich und friedfertig, äh, uns präsentiert werden, äh, wirkt das halt dann nochmal irgendwie mit, mit so vom Textmarker dreimal unterstrichen nochmal, wenn die dann halt wirklich mal, äh, in, in Rage geraten und dann wirklich mal, äh, ja, ausrasten und irgendwie Gewalt, äh, anlegen. Ja, man sieht's halt dann, ne, bei ihm ist ja das, was sie da im Endeffekt so antreibt, ne, dieses Bild von der, ne, verbrannten Leuten, die da halt, äh, ja, einfach von dem König, äh, ja, wie Müll behandelt werden und das geht halt nicht, ne, so. Und deswegen sehen wir dann halt auch, wie mit dieser einen großen Tatsa halt dieses ganze Schloss vernichtet wird und das ist halt auch so badass, ne, das wird im Anime bestimmt auch richtig, richtig cool werden. Also diese ganze Seite, das wird eh, ähm, die zweite Hälfte einer Folge werden, wo halt nach der Werbung sehen wir dann, wie er in das Schloss reinkommt und da passiert dann noch ganz viel und da wird noch ganz viel gequatscht und wir sehen dieses eine Paneel, wo da halt, ne, diese Frau da sitzt und weint, das wird dann auch nochmal in drei, vier Minuten ausgeweitet und es endet halt dann damit, dass dieses Schloss halt explodiert. Ja, 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 das wird cool. Und dann kommt To Be Continued. Ich glaube auch, dass das, dass To Be Continued und dann hast du die nächste Folge, die mit Saturn anfängt, wo er halt den Anruf bekommt. So, wo du dann halt weißt, ah, okay, was ist da passiert. Und dann kommt erst mal wieder der, der Cut zum Friedfertigen, äh, zu der Kirche mit so einer ganz entspannten Musik. Ja, ja, das ist also die nächste Folge und, aber das, das ist schon geil. Ja, sag ich, also. Ja, sag ich, also. Ja, sag ich, also, die Teufelsfrucht ist doch heftig. Die Teufelsfrucht ist halt wirklich eine, ich denke mir halt wirklich, mit der Operationsfrucht hast du mit dieser, äh, Tatzenfrucht, finde ich, das ist so die, das nächste danach. Wenn es jetzt keine Logia, keine mythologische Zorn, die ja eh gegotet sind. Und wenn es keine Bebenfrucht gäbe. Ja, ja, aber das ist ja eine zerstörerische Frucht. Aber siehst du, also vom Zerstörungspotenzial ist sie nicht weit hinterher. Ja, safe, safe. Aber das finde ich halt krass, weil diese Frucht, wenn du die so hörst, so, ja, die Tatzenfrucht, so, denkst du so, ja, okay, cool, da hast ein paar Tatzen an den Händen. So, aber das dann wieder, ich lasse mir sehr, sehr viel kreativen Spielraum bei der Ausgestaltung dieser Fähigkeit. Also, wohingegen bei der Bebenfrucht, ja, Alter, du kannst fucking die Erde vibrieren lassen und dadurch dann Erdbeben und Tsunamis auslassen. Da kriegst du das, was du erwartest. Ja, wobei, bei der ist es ja auch so, dass dann irgendwie Whitebeard in der Luft, keine Ahnung, irgendwie die Luft knackt oder so. Ja, oder halt das Gesicht. Er zieht das ja so richtig. Oder, ja, er zieht ja wirklich so, als ob er bei Photoshop diese Tilt-Achse hat. Ja, genau. Und einfach so, ja, nee, 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 ich muss das gerade um 45 Grad einmal drehen, bitte. Ja, aber erzählt mir nicht, dass das nicht auch das allerbadassigste ever ist. Ja, natürlich. Er steht, halt die, so die Luft zieht und halt einfach die halbe Insel wegfällt. Du musst gerade C drücken für die Rotation, damit es halt funktioniert. Aber ja, wie gesagt, da erwartest du ja, okay, krass, der kann heftigen Shit. Da wundert mich das auch nicht. Wenn der das kann, natürlich kann er das. Natürlich hat er Fähigkeiten, die das Universum brechen. Ich hoffe, jeder von euch hat gerade den Soundeffekt da vorne im Kopf. Ja, natürlich. Ja, dafür. Das ist ja, wenn es anfängt. Und du hast aber dieses Klirren so leicht. Ja, genau. Und dann kommt das Klirren, wenn er halt schlägt oder zuschlägt. Und bei Bär, wie schon gesagt, wenn dir jemand sagt, ah, du hast die Tatzen vor, kannst dich in Bär verwandeln. Und dann ist es aber so. Nicht ganz. Nicht ganz. Ja, lange Zeit war es ja auch immer nur dieses, dass er einfach Leute wegbiemen konnte. Ja, genau. Und das war ja so die einzige Fähigkeit, die man kannte. Die Idee war ja, dass es quasi sowas wie Schockwellen, das war ja, glaube ich, das Ursprüngliche. So wurde es, glaube ich, von Oder damals, ganz damals halt beschrieben, ne? Das ist die Schockwellenfrucht. Ja, du hast halt dieses einmal, dieses Urlaub schicken hat er ja immer gehabt so. Und dann wirklich in Kämpfen war es ja wirklich nur der Urso-Schock und die andere Tatze, was immer noch seine Signature-Attacken irgendwie sind. Quasi wie so ein Reject-Dial. Ja, eigentlich schon. Nur halt in krass extrem so, ne? Ja, und ja, ich finde gerade dieser Flashback hat nochmal mehr Tiefe in diese Teufelsbrucht gegeben. Gerade halt, dass diese Pain eingesammelt werden muss, dass die nicht einfach verfliegt. So, das finde ich ist schon ein Draw. Also es ist nicht dieses, ah ja, guck mal, die kann alle Krankheiten heilen. So, ne, irgendwer muss die Krankheit dann halt bekommen oder das Konzept. Das ist halt, ne, äh, wie haben wir damals schon bei Vormittel Alchemist gelernt, so die erste Regel des, äh, der Transmutation und der Alchemie ist, äh, ne, irgendwie. Der äquivalente Tausch. Der äquivalente Tausch, genau das war das Prinzip nämlich. Ja, es geht nicht. Du kannst nicht nichts aus etwas erschaffen, außer die komische Homunculus-Geschichte, die wir jetzt nicht näher eingehen wollen. Und das heben wir uns für unseren Vormittel Alchemist-Podcast in 15 Jahren auf. Sicherlich, sicherlich, ey. Ganz kurzer Side-Note, die Autorin hat ja mittlerweile auch einen anderen Manga. Äh, Henry, dir wird der Name unfassbar gut gefallen. Demons of the Shadow Realm. Oh. Also praktisch Demon Slayer und Yu-Gi-Oh in einem. Ja, tatsächlich eher, ähm, wie soll man das ausdrücken? So, äh, aus der Zeit gefallener Dude, der irgendwie aus der Vergangenheit in die Gegenwart kommt, mit Stance aus Jojo. Also, äh, aber schon ziemlich cool gemacht auf jeden Fall. Also, es liest sich gut weg und ist sehr oldschool vom Vibe. Das merkt man immer, finde ich, sehr gut an diesen älteren Autorinnen und Autoren, die halt noch aus der 90s-Zeit kommen. Ja, ja, aus einer anderen Zeit, aber mit dem Skill von damals, jetzt heute was machen. Ja, ja, und auch mit dem angelernten Skill, mit nochmal jetzt was rausholen. Das ist halt sehr cozy. Ist in der Zeichenstil dann ähnlich oder gleich geblieben, wie zu Fullmetal Alchemist? Na, ähnlich, ne? So, natürlich. Du kommst ja nicht aus deiner Haut raus. Wie du Figuren malst, ne? Genau, ich finde auch, bevor du mir das erzählt hattest, hatte ich halt bei Thalia diesen Band gesehen. Und ich war schon so, das ist von der Person von Fullmetal Alchemist. Du erkennst sofort das Design der Charaktere, weil das ist schon ein uniker Stil. Das ist so wie halt Cosmo und Wanda und Danny Phantom. Ja, genau. Ja, genau. So Butch Harmen, ne? Und hier, wie hieß das, Teenage Robot, My Life is a Teenage Robot, das lief drauf, Nick, das ist auch von denen. Das sieht doch auch so aus. Mit den Ohren, die nicht am Kopf befestigt sind, sondern so leicht schämen. Ja, ich finde das bei Danny und bei Cosmo und Wanda, die sind ja von der Seite einfach gezeichnet. Du hast halt so dieses, die haben halt so recht spitze Köpfe dann irgendwie und dann hast du aber die Haare, die nur so seitlich stehen und entweder siehst du die dann von links oder von rechts. Ja, genau, die Haare sind immer so, so ein Schwung einfach. Ganz, ganz, ganz charakteristisch für diesen Style ist, die sehen alle immer ein bisschen extra dumm aus, weil, wenn man auf deren Hände guckt, die hängen immer so runter und wie bei so einem Gorilla oder so einem Affen, werden die genauso wie so eine Kralle nach hinten noch gebeugt. So, dadurch sehen die halt immer so aus. Und wenn die sich bewegen, ist halt immer die Arme, die so hoch und runter gehen. So, dass da halt so ein bisschen Movement da drin ist. Genau. Das ist, ach, das ist eh nochmal so eine ganz... Ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt drauf gekommen sind. Ich möchte, genau, stimmt, eine ganz, ganz kleine letzte Sache dazu, weil wir haben ja neulich auch nochmal drüber geredet, über Demons of the Shadow Realm und ich möchte dich nur berichtigen, es sind tatsächlich kein Brüderpaar, sondern das eine ist eine Schwester. Ah. Das ist ein Bruder und eine Schwester. Ah. Genau, in dem Fall. Aber natürlich wieder eine Schwesterpaar. Ich hab's mir tatsächlich abgespeichert, ich will's mir an einem Tag, weil das hat ja auch nur irgendwas 25 Chapters, das hat nicht viel, das kannst du an einem Tag, kannst du das durchlesen. Das sind Attack und Titan-Chapter. Ah. Ist das schon beendet? Nein. Das hat erst letztes Jahr oder so angefangen. Aber tatsächlich hab ich auch eine Empfehlung und zwar Ado, Ado, keine Ahnung, wie der Manga heißt, hat er halt auch, ich hab's dir, glaub ich, erzählt, Viktor, das hat irgendwie auch 30 Chapter oder so hat das mittlerweile, es sind aber nur 12 auf Englisch übersetzt und die letzten 18 sind auf Russisch, wo ich mir so denke, ey Leute, kann nicht jemand von euch diese letzten Chapter, ich hab mir die natürlich angeschaut, aber ich verstehe halt dann nicht so. Jeder Aufruf von der Community. Ja, also ey Leute, gibt's nicht irgendwo Leute, die Bock haben, das zu übersetzen? Ich würd das schon gern noch lesen. Oder die halt die Kraft haben, das halt zu Photoshopen finden, weil übersetzen kann ich die auch. Ja, Viktor, dann lesen wir das mal zusammen. Viktor könntest du ja lesen. Viktor übersetzt mir einfach die Text-Bubbles einmal. Ja, weil es ist halt echt so in diesem, ja ich hab's dir erzählt, Akira, das ist so ein bisschen an Akira angelehnt nach dem Film und so ein bisschen Cyberpunk-mäßig, Kinder, die aus irgendwelchen Laboren kommen und ausbrechen und übernatürliche Fähigkeiten haben und jetzt gejagt werden und du weißt nicht, warum sie gejagt werden. Vielleicht wird's in diesen 18 Chaptern aufgeklärt, die ich nicht lesen kann. Ich seh schon, Benni riecht, Promised Neverland, Benni ist dabei. Ah, es ist wirklich, ey. Promised Neverland tatsächlich, kleiner Funfact, war, ich hab mir lange... Das auch mal wieder zu erwähnen. Einmal kurz zu erwähnen, aber es war, ich hab mir damals immer gewünscht, ein Manga von Anfang an mitzuerleben, also von Chapter 1 bis zum Ende und Promised Neverland war tatsächlich dieser Manga. Der kam, glaub ich, 2016 raus und ist 2020 zu Ende gegangen. Ja, Dr. Stone doch auch. Nee, aber den hab ich halt nicht aktiv verfolgt. Also da war halt immer mal, da hab ich ein paar Chapter gelesen, dann ja, nicht, dann mal wieder und Promised Neverland von Chapter 1 wirklich bis zum Ende hab ich mitgelesen und dachte mir so, boah, krass, ey, das war, ja, das ist so ein kleiner Traum in Erfüllung. Es war kein großer Traum, aber es war halt so, ah cool, was von Anfang bis Ende miterleben und auch den Rise der Community zu erleben. Du wusstest nach fünf Chaptern, ey, das ist ein gutes Ding. Und dann ist es ja wirklich eine Zeit lang auch eins der erfolgreichsten Werke in der Jump gewesen, bis es dann halt zu Ende gegangen ist, obwohl die zweite Hälfte eher ein bisschen schlechter wurde als die erste, aber man kann nicht alles haben. Promised Neverland hab ich tatsächlich so gar keine Bilder im Kopf. Ja, es halt an sich, es ist einfach, stell dir vor, Massentierhaltung nur statt mit Tieren, mit Menschen. Ja, das ist so ein bisschen die Prämisse. Und das ganze ethische, die ganze ethische Diskussion, die da mit einhergeht, äh, ja. Je nachdem, wie man es... Kann man dann diskutieren, wie gut das ausgeführt worden ist und so. Genau, und das ist halt das Ding, man merkt, finde ich, bei dem Werk, und dann kommen wir sofort zu One Piece wieder, dass der erste Part, da merkst du, da hatte das Autorenteam oder hier der Autor und die Zeichnerin deutlich mehr Zeit, weil das wirkt alles sehr durchdacht. Jede Kleinigkeit ist irgendwie wichtig. Und dann hast du gemerkt, und ich glaube, da kommen wir wieder zu dieser Weekly Pace, dass es dann halt erfolgreich wurde. Und dann hast du halt, ey, du musst jede Woche ein Chapter raushauen. Und dann wurden viele Sachen, hatte ich das Gefühl, so nach Chapter 80, 90 auch sehr gerusht irgendwie. Es war bei weitem nicht mehr diese Writing-Qualität, die ich es mal hatte. Und ich hatte das Gefühl, ey, hätte man denen wahrscheinlich zwei Jahre mehr gegeben, dann wäre das halt besser gewesen einfach, weil es ist dann halt... Auf einmal hast du irgendwelche Antagonisten, die wirklich innerhalb von zehn Chaptern dann besiegt werden, die dann aber gar kein Setup hatten, dich null interessieren. Auf einmal der Endboss ist so irrelevant, irgendwie so ein bisschen Kaguya-mäßig, ne, Naruto oder so. Oh, einmal ist dieser Charakter da und du denkst so, hä? Ja, der Endgegner von so modernen Manga-Sanmys, habe ich das Gefühl, das ist auch voll oft das, die Krankheit, es geht am Ende darum, ja, wir haben alle damals Final Fantasy gespielt und Secret of Mana und so, der Mana-Baum, das Herz der Welt ist aufgewacht, um irgendwie die Kraft, irgendwie die Menschheit... Sich zurückzuholen. Genau, und die Menschheit hier jetzt sauber zu machen und so. Und dann müssen alle gegen dieses uralte Naturwesen oder böse Wesen oder whatever, Hauptsache, es kommt kein Geist, der die Teufelsfrüchte in die Welt gesetzt hat und ihm irgendwie noch wegstößt oder so. Ja, am Ende hast du Ruffy und Blackbeard, die so einen Teufelsfrucht-Geist, der eine redet mit der einen Hälfte von ihm, der andere redet mit der anderen Hälfte von ihm und dann müssen sich Ruffy und Blackbeard, die eine neue Form bekommen haben, danach gegen Das passiert aber alles in so einer Paralleldimension, wo die so in so einem schwarzen Void oder so miteinander reden. Ja, bei Blackbeard ist es schwarz, bei Ruffy ist es weiß, damit das auch Ying und Yang suggeriert. Und dann wechseln die aber die Seiten und die sind das. Und Blackbeard versteht dann Ruffy besser, Ruffy versteht Blackbeard besser und dann kommt dann noch raus, dass die vielleicht Brüder sind. Dann finden die eh raus, dass die einen gemeinsamen Feind haben und der muss jetzt bekämpft werden. Und nachdem sie den besiegt haben, kämpfen die beiden gegeneinander und vielleicht verliert einer von ihnen einen Arm, vielleicht auch beide. Und am Ende liegen beide da. At this point it's bullshit. Und ja, lasst uns nicht weiter. Man könnte meinen, dass wir uns hier inspiriert haben bei irgendwas, aber das haben wir uns gerade alles richtig ausgedacht. Das gibt es nirgendwo anders in der Story. Aber was es in One Piece doch gibt und wo man harte Fakten, Quellenbelege hier hat, ist nämlich der Plot, der hier weitergeht. Denn wir hatten es ja eben schon, dass... Da ist aber gerade der Haken von deinem 3D-Manöver-Gier noch ganz knapp an der Hauswand der Überleitung hängen geblieben. Natürlich, irgendwo muss ich drangekommen sein, um jetzt hier weiter... Ich habe mich an das Chapter geschossen, damit ich hier weiterreden kann, weil wir haben nicht mal, glaube ich, gerade ein Viertel oder ein Drittel von dem Chapter besprochen. Nicht so wirklich. Wir haben gerade nur eine der Revolutionen besprochen. Genau, wir bekommen halt, Saturn wird hier zumindest mal wieder ein bisschen established, dass der Dude halt noch existiert und auch eigentlich der Antagonist von Bear ist und auch von Bonnie. Ganz kurz, der verfolgt ja scheinbar wirklich so ein bisschen Bärs Werdegang oder ist immer wieder Teil seines Lebens in irgendeiner Form. Ja, genau. Das ist schon immer nur er, der gezeigt wird. Genau so. Exzellent. Und hier der Dude, der ihm sagt, dass das Sorbet-Königreich wahrscheinlich einen neuen König hat, das ist doch Foxy. Das ist original fucking Foxy. Das ist einfach Foxy. Foxy war mal bei der Marine anscheinend. Er hatte so einen coolen Mantel. Das ist doch ganz klar Foxy. Foxy. Das ist so geil mit den Haaren. Ja, diese zwei Spitzen. Ja. Das ist ja auch kein Hut oder so. Oder, Alter. Oder zeichnet nicht random einfach irgendwelche Noname-Charaktere. Das wird schon jemand sein, den wir kennen. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Vielleicht war es Roxy sein Vater oder so. Foxy hat damals den Davy Backfight nämlich genau so lange laufen lassen, dass Aokiji rechtzeitig noch angekommen ist. Ja, absolut. Ja, alles geplant. Ja, und das, er hat Aokiji gerufen. So, der wusste, ah, guck mal, das sind doch die, das ist doch Nico Robin. Er war ja auch einer der fünf Vizekapitäne, die damals beim Buster Call in O'Hara dabei waren. Ja, aber die wir halt nicht an, die wir nicht gesehen haben. Genau, von den drei, die wir nicht gesehen haben. Das war halt er, Hamburger und, äh, hier, wie heißt es? Und Porsche. Ja, oh, Gottes Willen. Och, ey, boah, das wäre der heftigste Twist überhaupt. Haha, ich bin gar kein Troll-Charakter. Ich bin in Wirklichkeit wirklich. Das ist aber wirklich, die Jar Jar Binks ist eine Sith-Theorie im Empirchen-Diversen. Ja, da, wenn du rauskommst. Da, Foxy. Foxy, Alter, Foxy. Ey, Star Wars-Referenzen bitte auf den letzten zwei Seiten. Genau, die müssen wir uns noch ein bisschen aufsparen. Wir müssen uns die noch aufsparen. Ach so, ist das so? Yes. Okay. Naja, auf jeden Fall haben wir... Ach so, jetzt verstehe ich, was ich meinte. Ihr merkt schon, wir haben sehr viel Spaß hier gerade. Wir haben Bartolomeus Bär, der jetzt, ja, immer noch in seiner Kirche ist. Henry hat es eben erwähnt, ne? Der immer noch den Leuten hilft, ne? Voll nett ist. Wir kriegen mit, dass der neue König established wurde. Bonnie, mittlerweile groß, hat ihre Teufelsfrucht gesnackt. Was Oda ja in dem letzten SBS auch gesagt hat, ey, ich muss ja noch Bonnys Frucht revealen. Dadurch, dass ich das jetzt im SBS gemacht habe, muss ich es auch irgendwie in der Story revealen. Und ich glaube, diese Seite ist halt eine Nod genau dazu, dass er halt jetzt sagt, ey, ich habe eine Teufelsfrucht gegessen und die ist jetzt halt die Alterfrucht. Wieder mal ein Dude, der, oder eine Person in diesem Universum, der das Buch der Teufelsfrüchte hat. Yes, das auch einfach so fucking random wieder, ne? Das ist so ein No-Name-Charakter, der dann einfach dieses Artefakt hat. Diesmal sieht man sogar, dass da das Wort Devil Fruit draufsteht. Ja, aber sonst nichts. Unsere These war ja lange Zeit, ey, ja, natürlich hat Blackbeard es gelesen, wenn er ein Teil der Whitebeard-Piratenband ist. Natürlich hat Sanji es gelesen, weil er halt adelig ist. Jetzt hast du aber halt irgendwie hier einen Charakter, der nichts davon ist. Und trotzdem, wahrscheinlich gibt es dieses Buch anscheinend wirklich in der Bibliothek, oder? Dass du da einfach, ey, kurz einmal Unibib-Buch der Teufelsfrüchte und dann holst du dir das in irgendeinem Regal einfach kurz ab. Ich kann ja gut vorstellen, dass da, das wäre jetzt nämlich so die interessante Frage, ne? Steht da sowas wie die OP-OP-Nomie drin? Steht da sowas wie die Gumm-Gumm-Frucht drin? Wir wissen, dass auf manchen Seiten nicht die Bilder drauf sind. Dass du nur weißt, welche Früchte es gibt und was sie können, aber nicht jede Frucht hat halt ein Bild. Wodurch Blackbeard, weil er das Bild halt gesehen hat bei der Yummy-Yummy-Nomie, wusste er, was das ist, genau wie mit Shanks. Die haben halt das Bild gesehen und wussten halt, dass es die Gumm-Gumm-Frucht ist. Zumindest das, was in der zweiten, in der korrigierten Ausgabe vom Buch der Teufelsfrüchte stand. Editor's Choice. Editor's Choice. By the way, hier noch zwei kleine Fun-Facts. Das ist mir nämlich auch jetzt heute aufgefallen. Die Mütze von dieser, weil es wird noch ein neuer Charakter established, ne? Diese... Die Mutter von Bulldog quasi, ne? Die Vorkönige. Die Vorkönige. Die Vorkönige. Und das ist ja im Endeffekt die, in die sich ja Bonnie verwandelt hat. Damals auch. Conny. In Conny. Und guck mal, welche Mütze sie trägt. Weil das ist die OG, das ist Bonnys Mütze. Das heißt, die hat sie wahrscheinlich von ihr bekommen, sozusagen. Aber tatsächlich trägt Bulldog auch so eine Mütze. Yes. Das ist einfach deren Accessoire-Style. Aber trotzdem cool, dass Bonnie sich dem sozusagen bedient hat. Und diese Mütze halt trotzdem trägt. Und die Theorie kam halt auf, weil dazu kommen wir halt gleich, weil ja Bär zu einem Piraten wird. Weil später kommt ja noch Sachen, dass die ehemalige Bande von Bär vielleicht einfach die aktuelle Bande von Bonnie ist. Ja, bei. Also das halt... Wir sind ja nicht mehr mit ihm mitgesegeltes. Nee, aber es sind ja schon... Die alten Bros sind ja da geblieben. Sind die da geblieben? Naja, der eine ist doch der, der dann, wo Kuma wiederkommt, wurde da ja schon von Bonnie zusammengeschlagen und meint dann noch so, ha, 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 I let her go easy, so nach dem Motto. Also man weiß nicht, ob es jetzt genau das gleiche ist, aber wer soll es denn sein? Aber da ist er ja noch... Ist Bär da schon Pirat? Der ist ja schon wieder zurück, nachdem er die ganze Welt bereist hat. Da holt er sie ja ab, um sie nachher zu Vegapark zu bringen. Ach so, ja, ja, ja. Doch, 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 doch. Das meine ich. Also ich würde jetzt davon ausgehen, dass es einer dieser vertrauten Leute war. Ja, kann sein. Wie schon gesagt, das hatte ich halt gehört. An sich fände ich es halt sweet irgendwie. Ich glaube auch, dass es so ist, ich meine, ob die jetzt mit ihm dabei waren oder nicht, das sind halt seine nächsten Vertrauten. Genau, genau. Den vertraut er ja auch Bonnie an, so mit, also klar, dem Bulldog, aber halt auch eben dem Dorf. Das sind so Dardan. Ja, genau. Die Mountain Bandits, genau. Und das werden dann auch die sein, die sich sagen, am Ende, hä, wir können jetzt dieses zehnjährige Mädchen nicht einfach alleine auf See fahren lassen, wir kommen jetzt mit. Ach, wenn das ihr Traum ist, dass sie mit zehn Jahren Piratin wird. Ja, dann lassen sie sie ja. Und das ist ja genau das Ding, das ist ja sogar diese Zeit, weil wir sind ja jetzt, wenn sie zehn ist, das ist ja zwei Jahre vor dem Timeskip. So, das heißt, die ist ja kurz erst Piraten geworden. Und wird dann Supernova. Und wird dann Supernova. Richtig. Deswegen, das ist schon alles. Stimmt, wie alt ist sie in der Gegenwart 12, ne? Genau. Also war sie zehn, als sie eingeführt wurde tatsächlich, frisch. Aber hier ist sie noch nicht zehn, hier ist sie auch nur groß wegen ihrer Teufesbruch. Yes, genau. Ich fand auch den Gag ganz geil, dass, ich hab leider die Namen von denen nicht mehr, nicht im Kopf, aber der Typ halt mit seiner Cowboy-Mütze, der glaube ich halt der gleiche Dude ist, der dann später sie babysittet, der ja auch erst mal denkt, er hat's geschafft, mit denen sich's verwandeln, aber er hält halt eben die Oma Conny in den Händen sozusagen, während Bonny's weiterhin versucht. Ich find aber, der Name Conny, das ist wirklich hinters Licht geführt, Alter. So, weil wir haben schon Ginny als die Mutter, Bonny als die Tochter und da haben wir Conny und die gehört überhaupt nicht zur Familie. Und das ist schon irgendwie so, Mann, oder, ey? Ich find aber, die Oma ist halt, die ist jetzt so richtig, so knuffig aus. Ey, die ist ultra sweet. Dieser Blick einfach. Naja, die ist so, willst du mich jetzt grad verarschen, Bruder? So, wirklich. Wer bist du? Ey, die taucht ja später auch immer wieder auf, ne? Man sieht ja, dass die auch eine echte Connection zu Bonny hat. Also, wo Kuma ihr Vater ist, ne? Sind, glaub ich, Bulldog und hier die Conny, das sind halt so seine, ihre Großeltern. Genau, so, und deswegen macht's halt auch Sinn, dass sie halt Conny gewählt hat, nicht nur, weil sie eine adelige Figur ist, mit der sie zum Middle-Draw reinkommt, sondern eine Figur, die ihr halt viel bedeutet, ne? Ja, tatsächlich. Das fand ich irgendwie ganz cool, weil du hast es halt eben schon am Anfang des Podcast gesagt, es ist der Podcast, das Chapter, das viel von dem Alten sozusagen nochmal referenziert und viele lose Enden halt irgendwo zusammenknüpft, was ich echt schön finde. Halt angefangen dabei, dass man jetzt halt doch mal erfährt, was die Teufelsfrucht ist und wo sie herkommt, sie kam also einfach random, ob nicht dann irgendwie wirklich sie in ihrem Fressflash einfach irgendwie so einen Fruchtkorb verdrückt hat und irgendwo auf einem Schiff nebenan ist grad der User gestorben, weil er sich zu alt gemacht hat oder so und dann ist die Frucht also einfach bei ihr auf dem Teller gerießt worden. Ich find's halt so sweet, weil's halt ähnlich wie mit Ruffy ist. War's, du hast, glaub ich, ne Teufelsfrucht gegessen und sie halt auch voll schockiert, halt wie Ruffy halt auch. Und alle so, oh mein Gott. Also auch da wieder so ein paar kleine Parallelen zu Ruffy halt auch noch und auch, ja weiß ich nicht, typisch wieder dieses in der Kindheit schon seine Frucht gegessen und das ebnet dir so ein bisschen den Weg, ne, bei Ruffy, bei Lore, bei The Flamingo, bei Big Mom, bei Bonnie. Bonnie, anders als all diese anderen Charaktere, ja Abstand am wenigsten Erfahrung hat, weil sie noch ein Kind ist, während diese ganzen anderen Charaktere sind ja erwachsen mittlerweile. Mittlerweile, aber genau. Also die haben deutlich mehr Jahre verbracht. Genau, sie hat praktisch ihre Teufelsfrucht seit zwei Jahren. Ja genau, sie ist halt recht neu. Sie hat sie eigentlich in einem ähnlichen Alter gegessen wie die anderen, aber sie hat ja jetzt nicht wie Big Mom 60 Jahre oder halt auch Ruffy und Lore, die dann so 15 oder 20 Jahre halt haben, um damit halt umzugehen. Kuma selbst hat die ja auch als Kind bekommen. Ja stimmt, der ja auch. Und wir wissen ja, die hat er ja vor 36 Jahren, dann wenn wir jetzt hier knapp vor zwei bis vier Jahren irgendwie vor der Gegenwart sind, dann hat er die ja wirklich schon vor über 30 Jahren gesnackt. Ja, aber was habe ich gerade noch, irgendwas wollte ich noch zu Bonnie sagen, dass sie doch noch, achso, dass er trotzdem beeindruckt ist, dass wenn sie ja frisch ihre Journey angefangen hat, zum einen Supernova war, als sie auf Shaboudi angekommen sind und zum anderen ihre Teufelsfrucht ja schon soweit gemeistert hat, in nicht mal einem Jahr wahrscheinlich. Nein, nein, sie ist ja mit zehn los, aber hat ihre Teufelsfrucht jetzt hier schon vielleicht so ein Jahr oder zwei gehabt, ne? Aber konnte dann ja schon so ein ganzes Marinebataillon einfach morfen, ne? Ja, ich will ja nicht sagen, aber das ist schon ziemlich krass, wenn man bedenkt, dass die, sie ist ja auch noch jung. Es ist ja, sie hat ja nur das, sie ist ein Kind, sie hat ja nur das Äußerliche von einer, von einem jungen, erwachsenen Menschen, daher ist das schon eigentlich krass. Sie lebt halt praktisch den Pokémon-Trainer-Beruf aus, mit zehn und die große weite Welt. Ja, auf jeden Fall, Alter, und einmal kurz alle Orden sammeln. Ja, und sie ist halt auch leider so ein bisschen das lebende Klischee des klassischen Satzes von Nein, Bro, es ist okay, sie sieht aus wie zehn, sie ist aber ein 3000 Jahre alter Drache, alles ist gut. Ja, sie ist so der Reverse davon. Ja, wo halt auch wieder so ein bisschen, oh, das Horniness rauskommt. Ja, nee, sie ist ja genau das, so, nee, ist alles gut, sie ist erwachsen. Ja, stimmt doch, Reverse, das recht. Aber wenn das ja die Leute von Bear sind, die sich ihr angeschlossen haben, also die praktischen Bonnies Crew, die wissen ja, dass sie zehn ist. Ja, die wissen das ja. Das heißt, die hören auf eine Zehnjährige. Ja. Ja, die machen halt mit, ne? Ich glaube, die Idee ist halt, ja, wir können hier das jetzt nicht ausschlagen, nach all dem was passiert ist. Ja, genau. So, und dann sind die halt dabei und machen halt mit. Sind die Baby-Zitter. Ganz, ganz hart gesagt. Das ist Dedication zu Bear, ne? Ja, safe, safe. Aber hat sich, ohne Scheiß, wenn, dann hat sich der Bear das aber auch verdient, Alter. Ja, safe. Also, dass zumindest seine Tochter wirklich in guten Händen halt ist. Ich finde es halt einfach krass, dass halt Oda das Ganze eigentlich schon mehr oder weniger beim ersten Auftritt von ihr bestätigt hat, wo sie sich ja in ein Kind verwandelt und auf Zorro springt, ne? Was ja wahrscheinlich ihr wahres Aussehen dann in dem Moment war, ne? Aber sie hat sich ja trotzdem schon zu diesem Zeitpunkt sehr erwachsen benommen, ne? Zum Teil. Also, klar, man hat jetzt noch nicht so viel Screentime bei ihr gehabt, aber es wirkte halt nicht so, als wäre sie ein Kind. Ja, alleine, dass sie ja auch die Reverie so als Kindheit infiltriert hatte, ne? Infiltriert, ja, safe. Und deren Plan hatte. Das ist schon krass einfach, ne? Ich finde, im Vergleich zu jetzt auch so einem Ruffy und einem Ace, klar, die haben Sabo verloren, klar, die haben das im Grey Terminal mitbekommen, so. Aber so richtig, richtig, richtig krass traumatisch war deren Kindheit ja nicht. Also, die haben halt viel einfach in diesem Wald gelebt, gechillt, so, gejagt, so. Und die haben ja nicht an richtig krassen politischen Konflikten irgendwie mitgemacht. Die Sache ist, Ruffy und Ace waren halt auch beides so. Ich muss da immer wieder an diese tatsächlich gut gemachte Diskussion, jetzt kommen wir doch nochmal zu Naruto wieder, die Naruto und Sasuke bei ihrem ersten Kampf, war das, glaube ich, hatten, wo halt Sasuke Naruto dann irgendwann vorwirft, so, ey, Bruder, du kannst mich nicht verstehen. Du hattest nie eine Familie. Ich hatte eine Familie, die dann mehr oder weniger vor meinen Augen umgebracht wurde, ne? Und das ist das Trauma, so, während der Naruto quasi seine Eltern nie kennengelernt hat und so, immer alleine war, was halt auch scheiße ist, aber anderes scheiße. Und die beiden, das sind zwei Narutos, so, die hatten nie Eltern, ist denen auch egal, ne? Und deswegen können die halt so gut miteinander, klar, während Bonnie halt wahrscheinlich eher so ein Sasuke-Schicksal auf lange Sicht kriegt, sieht man ja daran, dass sie jetzt schon so an ihrem Vater hängt, klar, die Mutter hat sie halt nie gehabt, aber sie hat halt noch irgendwie was, was es zu schützen wert ist, ne? Während die anderen beiden sich das ja erst erarbeitet haben, sozusagen. Und vorher nur sich gegenseitig hatten. Wobei in diesem Chapter ja der Moment, wo praktisch ihr dann die Familie genommen wird, kommt ja noch nicht. Ne, ne, noch nicht. Hier ist Bär jetzt erstmal nur temporär, ja, weg. Wir sehen ja vorher noch, wie er dann diesen König Becquery ein zweites Mal vermöbelt. Wobei für mich da so ein bisschen, also ich hätte mir gewünscht und an und für sich ist es ja auch noch offen. Wir sehen ja einfach nur diesen Shot auf dem Meer, wo halt die ganzen Schiffe im Brand gesteckt wurden. Ich hätte mir aber gewünscht und wie gesagt, vielleicht hat es Bär ja auch getan, dass er Becquery auf eine Reise geschickt hätte, in irgendeinen richtig, auf irgendeine richtig abgelegene Insel, wo halt einfach keine Zivilisation oder so ist, Zivilisation ist, und was für den ja eigentlich viel mehr Strafe ist. Ja, safe. Einfach so ihr Leben in Isolation. Genau. Und dann halt ganz allein, wo du halt über niemanden Kontrolle haben kannst. Genau, wo du halt nicht dein prunkvolles Königsleben leben kannst. Ja. Allein. Genau. Allein. Ja, dann praktisch, genau, so wie in der Folge mit der magischen Miesmuscheln, so ein Dschungel muss der da landen. Ja, oder sowas. Aber ohne magische Miesmuscheln. Ohne das Glück von... Ja doch, mit magischer Miesmuschel. Er kann ja auch zu essen haben. Nein. Genau. So funktioniert das so. Aber super. Aber ey, auch hier wieder, wie geil ist denn aber trotzdem das Bild bitte, wie da auf seiner kleinen Nussschale vor dieser Flotte, die es ja tatsächlich ist und wie sie auch genannt wird, sich befindet. Und das ist schon irgendwie krass, wie du halt hier, anders als bei dem Schloss, siehst du nicht mal die Tatze, die er macht oder halt den Angriff, den er macht, sondern du hast halt nur so seinen Satz von ey, so schämst du dich kein kleines bisschen, dass du halt wieder deine Fresse hier zeigst, zum dritten Mal jetzt schon. Ähm, und dann hast du halt nur diese Textbox, ne, von wegen, ja, die Flotte hat er ausgelöscht und das ist schon badass, das ist schon geil. Ja, vor allem dieses so, dieses Off-Course, so, ja, natürlich hat er die. Da wäre ich wieder vorsichtig mit, wie das genau übersetzt wurde, ne, ob da jetzt mal im Japanischen natürlich steht oder ob da im Japanischen sowas wie, äh, weiß nicht, äh, ohne Zweifel oder, äh, hier, äh, wie sagt man, inevitable. Inevitable, äh, unausweichlicherweise oder sowas, ne, das ist ja auch immer so ein bisschen wahrbericht. Vollkommen egal was, das wird ja schon einfach zeigen, was für ein baddest Character cool ist. Ja, ja, natürlich, also in dem Fall so dieses, ne, es war eigentlich klar, dass er das tut. Er hat's ja schon mal getan, ich muss jetzt euch nicht nochmal zeigen, dass er es nochmal tun kann. Ja, genau. Und es ist, ja, es ist halt sehr geiles Statement. Safe, also es ist sehr, sehr gut gemacht. Es ist halt so, zum einen, auf so einer technischen Sicht, es ist einfach, er will halt Platz sparen, ne, und zeichnet halt einfach so ein ganz kleines Panel, aber es macht halt im Kontext des Kapitels unfassbar Sinn, warum es genau so passiert, ne, also schon sehr, sehr stark gemacht. True. Und dann sehen wir, jetzt fängt quasi die Story des Bärs an, den wir schon ein bisschen mehr, besser kennen. Der nächste Job, den er hat. Der nächste Hut, den er sich aufsetzt, so muss man es ja sagen. Es ist halt wirklich so, ich finde es so schön, ich nehme es vorweg, aber Dragon es halt auch schon anspricht in diesem Chapter, Alter, wie viele Hüte, Jobs, Titel, whatever hast du eigentlich, Bro. Und hier ist es halt, zum einen, er wird ja König, aber halt auch nur symbolisch und hier halt jetzt wird er halt Pirat, weil er muss ja Pirat werden, weil, das haben wir uns auch schon gefragt, wie willst du Samurai der Meere werden, wenn du nicht Pirat warst? Und wir dachten so, ja, vielleicht ist er einfach auf See unterwegs gewesen und vielleicht ist es das auch einfach. War ja quasi. Er ist halt einfach, ey, er ist kein Abenteurer oder er nennt sich nicht Abenteurer und dadurch wirst du direkt jemals Pirat gebrandet, ne? Naja, ich glaube, für sich Pirat war er ja nicht. Ich glaube, du bist hauptsächlich deshalb Pirat gebrandet, weil fucking Marineflotte aus der Frogs und die. Und ich glaube, das ist es halt. Ich glaube, er selbst hat sich wahrscheinlich nicht Pirat genannt, aber dadurch, dass er eine Marineflotte und dadurch, dass er halt stumpf ein Kopfgeld bekommen hat, weil das ist, glaube ich, das andere Ding. So, du bist halt ein gesuchter Seeräuber, blöd gesagt, so jemand, auf den halt ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Ja, man sieht leider nicht, was auf den Flaggen, auf dem Mast drauf ist. Es sind schwarze Flaggen mit irgendwas drauf, aber man kann es leider nicht erkennen. Meinst du? Was meinst du jetzt? Ja, auf seiner Nussschale, auf der er rumfährt. Ach so, ob es ja eine Pirat, ja. Es sind halt zwei schwarze Flaggen, man sieht das auf dem Bild, wo er zu dem großen Bau kommt. Ja, klar. Also bei Flucht der Karibik immer, oh, schwarze Flaggen. Die haben alle schwarze Flaggen so und dann halt ist da ja auch noch so was Weißes drauf. Also es ist halt irgendwie schon so ein Symbol drauf. Vielleicht einfach die Tatze oder so. Aber da ist ja auch wieder die Frage, warum macht er sich überhaupt die Mühe? Ja, es ist generell das Ding. Für mich sieht es aus wie eine 31, wenn ich ganz nah dran soo. Ein 31er Pirat. Das ist eher Abus-Piraten-Wandel. Ja, das Problem ist halt, wir sagen jetzt ja, ha, schwarze Flaggen stehen für Piraterie, bla 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 bla, aber auf dem Bild mit der Flotte siehst du halt auch, dass zumindest links und rechts, gut, die sind weit weg, die Flaggen, aber sind die ganz oben, die Flaggen, die da flattern, auch dunkelschwarz gezeichnet? Ja, true that. Insofern, glaube ich, kann man da nicht zu viel drauf geben, wenn Oda es nicht explizit zeigt. Das ist es halt und doch nicht explizit sagt. Das ist ja das andere. Aber ich meine, er sagt, er ist ein Pirat. Genau, zumindest die Sprechblase sagt halt, er ist ein Pirat und ich finde das immer, der Erzähler behauptet halt was, aka kann halt, wir wissen, dass da auch oft mal Fake-Sachen berichtet werden, weil halt entsprechend, ja, Propaganda sein kann. Ja, nochmal richtig extrem. Ich meine, Henry hat es ja, glaube ich, am Anfang schon mal angesprochen, dass da dann berichtet wird, ne, dass der halt das Land sich unter den Nagel gewissen habe, dass er da irgendwie das Volk geknechtet hat und so. Und da kommt jetzt der Titel Tyrann her. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass es doch so modern ist wie klassische Propaganda. Ich dachte, dass es wirklich eher in die Richtung geht, dass er irgendwas tut, was dann halt doch irgendwie als Ausrutscher gilt vielleicht oder so. Er zwar tut, um irgendwie was zu retten, aber es dann trotzdem so ausgelegt werden kann wie, ja, guckt mal an, hier, das hat der gemacht und jetzt ist das und das kaputt für immer, weil Kuma. Und dann ist er halt der Tyrann. Aber es ist hier halt doch eher einfach dieses, hey, der ist jetzt auf See, Saturn will den dissen, der wird jetzt als Pirat gebranntmarkt, der wird jetzt als Tyrann gebranntmarkt, um ihm halt sozusagen komplett als Persona non grata sozusagen abzustempeln. Ich frage mich echt, was Saturns Groll ist. Ich wollte die Tatzenfrucht in Wirklichkeit haben. Ich glaube, es war tatsächlich dieses Gespräch, was die hatten. Das war das auf jeden Fall und er ist ja geflohen aus Gott, Berlin. Er ist ja wirklich weggekommen. Und ich glaube auch, das hat viel mit der Rasse zu tun. Die Buccaneers, die halt wahrscheinlich vor 800 Jahren eine ziemlich wichtige Rolle hatten. Sicherlich. Und Saturn war ja vermutlich dabei. Ja. Der letzte Buccaneer, Herr der Tatzen. Und das hat halt dann doch irgendwas mit Gründlichkeit zu tun. Sie hieß The Bonded Got Away. Ja, safe, safe. Vor allen Dingen, nachdem Saturn ihm noch die Ansage gemacht hat von, hey, hier um Ordnung zu halten und so, müssen halt Sacrifice gemacht werden. Und du hast ja jetzt keine Lebensberechtigung. Und sagen wir so, die Drohung will er ja wahr machen. So kann das ja nicht auf sich sitzen lassen. Plus wir wissen ja immer noch nicht, was in diesem dritten Part von God Valley passiert ist. Weil der ist ja immer noch offen. Ach, bleib mir weg mit God Valley jetzt. Das ist halt wirklich. Warten wir bis Shanks. Und bis Shanks sich an seine Zeit in der Truhe erinnert. Wenn das dann mal kommt. Das ist wie der fucking Keller bei Attack on Titan. Oder Shanks und die Truhe. Shanks und die Truhe. Oder bis Dragon. Hey, Dragon, du musst auch vom Schiff kommen. Wir sind hier bei einem wichtigen Jwern. Dann kommt Dragon als Marine, was auch immer Person. Und ist auch auf God Valley am Start. Weil das ist das Einzige, wie ich es mir noch erklären kann, dass es halt eben nicht ein Shanks-Flashback wird. Weil ich glaube, Gab wird es auch nicht. Man muss ja sagen, ganz kurz, jetzt reden wir wieder viel zu viel darüber wahrscheinlich, aber Dragon war ja per se der erste Versuch, den Gab hatte. Wenn man jetzt, wahrscheinlich hat er es vorher. Gut, vorher hatte er halt wahrscheinlich Rekruten und Kadetten, aber es war halt Job. Das waren wildfremde Leute. Er hatte zwar die Passion dafür und hat die ausgebildet, aber das ist ja sein Sohn. Das ist wahrscheinlich der allererste Versuch gewesen. Und das ist echt nochmal spannend zu sein, zu sehen. Hat er den dann einfach, als er da am Pool lag, das Gespräch mit Sengok hatte und dann losgejumpt ist Richtung God Valley, hat er den da einfach eingesackt, so den Dragon, weil er da irgendwie daneben stand? Los, Junge, jetzt lernst du mal richtig was. Oder, ne? Das Interessante ist ja wirklich, dass Dragon zu dem Zeitpunkt von God Valley, ich glaube, 17 Jahre alt ist. Das ist dasselbe Alter wie halt das, was Ruffy hatte, als er seine Story startet. So, klar, wir haben das erste Chapter noch, wo er halt zehn Jahre oder sieben Jahre alt ist, aber dann am Ende der Seite wird er ja 17 und beginnt seine Reise. Und ich finde das halt schon interesting, dass Oda Dragon da halt, das ist ja der jüngste Dragon, den wir dann kennen würden, dass der dann ja im selben Alter wie sein Sohn ist, als der halt seinen Shit gestartet hat. Und irgendwo, wie gesagt, kann auch sein, dass er nicht auf God Valley dabei war, aber es wird schon Sinn ergeben, dass er halt in diesen jungen Jahren halt in der Marine war schon und das halt durch Garp wahrscheinlich, vielleicht sogar reinkam und vielleicht genau wie Garp idealistisch gedacht hat damals noch, ey, so damit hilfst du wirklich den Leuten, bis er dann den Satz, I see no justice here und dann halt gegangen ist. Aber wie, wann, warum, das ist, glaube ich, die Zeit in 70 Chaptern, wenn dann vielleicht irgendwann mal Dragons Flashback kommt, wenn nicht sogar noch später. Wir sind hier aber, und das ist halt der nächste Callback tatsächlich, Bär ist auf Reisen und das hat mich so ein bisschen an Rostinanta auch erinnert, der ja für Lore sozusagen die Cure sucht. Wir gehen einfach an alle Orte zurück, bis auf, ich glaube, Amazon Lily und noch ein Ort, wo halt die Strohhüte hingeschickt wurden. Also das da war. Ja, bis halt Amazon Lily und das Kammerbacher-Kingdom. Jetzt wissen wir auch, woher, ja, praktisch Bär die Koordinaten hat. Yes. Weil er da halt schon mal war. Ja, genau. Und dann kann er da halt auch hinfliegen. Oder die Leute da halt hinschicken. Oder die auch hinschicken. Ich finde es halt, weil wir haben ja noch zwei Cameo-Auftritte, von Abdullah und Jeet, das sind ja Kopfgeldjäger, die natürlich versuchen, hier Bär irgendwie einzusammeln. Bär hatte ja Glück, dass Johnny und Shizako wahrscheinlich im East Blue beschäftigt waren, weil sonst wäre seine Journey hier auf jeden Fall zu Ende gegangen, wenn die beiden zusammen mit Zorro ihn schon gejagt hätten. Aber fand ich auch funny, dass Oda genau diese zwei Charakter, weil in diesem Corrida-Kolosseum gab es halt sehr, sehr viele Kopfgeldjäger, dass er genau diese Meme-Charakter dann halt nimmt. Sind das auch nicht die, die sich der Strohklotte angeschossen haben? Ja, die haben, ich glaube, die sind sogar bei irgendwem, haben die sich dann angeschlossen. Die sind bei einem von denen, theoretisch sogar Cavendish. Ich glaube auch, nee, bei Cavendish ist dieser Suleyman, glaube ich, bei dem sind die beiden bei Ideo und bei Ideo und Blue Gilly, bei den Boxing-Dudes. Das könnte sein. Martial Arts sind es jetzt ja, weil der eine ist ja drei Kickboxer. Mich interessiert, also ich gucke gerade echt mal nach, ob die, ich glaube, dass die sich... Die Nocchan und Kicklis, ja. Ja, weil dann macht es ja Sinn, dass wenn man schon welche nimmt, dass man die beiden nimmt, weil das ja dann von all den Kopfgeldjägern die interessantesten sind, weil ich glaube, es gab ja zum Beispiel noch einen, den mit dem Kaktussombri. Ja, ja, genau. So, der hat sich ja nicht der Flotte angeschlossen, das weiß ich halt auch nicht. Das war der, der, wie die Yu-Gi-Oh-Karte, Ben-Key irgendwas, der mit jeder Ausrüstungs-Zauberkarte mehr und mehr Angriffe bekommen hat. Ach, Super Heavy Samurai. Nee, so eine ganz alte, die waren... Hat die 500 Angriffe? Ja, genau. Irgendwas bla bla bla, Ben-Key hieß der. Und der, der war doch auch so einer, der die Waffen immer aufgesammelt hat, dieser Kaktus-Dude. Ja, das ist doch, eigentlich ist das ja eher der, da kommen wir wieder zurück zu Wano, der Fox-Typ, das war ja immer der. Ja, stimmt. Das war ja die Teufelsfrucht-Typ Ben-Key, ne, der die Waffen deiner Besiegten aufsammelt. Benni, hast du es herausgefunden? Ich schaue hier gerade nach, wo dieses, wo die beiden halt zu sehen sind. Und da war irgendwie, finde ich es gerade nicht... Wir lassen dich mal ein bisschen suchen. Ich fand es tatsächlich ganz cool, dass diese ganzen Locations nochmal abhanden wurden. Ich dachte mir erst, weil da war ja ein Seitenumbruch und man sieht ja auf der ersten Seite dann so gesehen nur die Insel, wo Chopper war. Mit dem Riesenbaum. Und da war es für mich schon so praktisch erfüllt, ah, okay, guck mal hier, Easter Egg, ja, macht Sinn, dass er halt auf diese Insel geht, weil da ja diese Mediziner sind, von denen Chopper ja auch einige Rezepte bekommen hat. Die haben ja diese riesige Bibliothek da auch gehabt. Dann schlage ich eine Seite weiter und sehe, ach, ah, okay, Oder will uns hier zeigen, wie Bär die ganzen Standorte so gesehen auf seine Liste praktisch, auf seine interne Liste gepackt hat, warum er die Strohhüter da dann später hingeschickt hat. Falkenhauge hat das schon gewohnt, als er da hinkam? Muss er, weil es ist ja, ich glaube, ein paar Jahre bevor der aktuellen Story beziehungsweise wahrscheinlich ein, zwei Jahre bevor die Story anfängt. Ich glaube schon, dass er da gelebt hat. Dass man den dann nicht mal als Easter Egg so gezeigt hat, wie er mit dem Quatsch zum Weintrinken eingeladen wird oder so. Was tatsächlich aber jetzt so ein bisschen, wobei, wir sind, dieser eine Plotpunkt fehlt ja noch, weil Falkenhauge ist zu dem Zeitpunkt schon sehr wahrscheinlich ein Samurai der Meere, dass immer noch, sind wir gerade wirklich vielleicht vor diesem, nee, das ist schon später jetzt, oder? Was meinst du? Wo Ace der Vorschlag gemacht wird, dass ein Samurai der Meere wird. Dass Bea sozusagen die Stelle angenommen hat, die Ace nicht genommen hat. Weil das ist, finde ich, das Letzte, was noch irgendwie offen bleibt am Ende dieses Chapters, weil er ist immer noch kein Samurai der Meere. Das Problem ist ja, dass wir hier keine konkrete Ansage, glaube ich, bekommen, wie alt Bonnie gerade ist und deswegen halt nicht wissen, wie viel Zeit vergangen ist. Ja, aber dann gehe ich tatsächlich davon aus, weil Oda jetzt in den letzten Chaptern sehr explizit immer Zeitangaben gemacht hat, dass wir uns einfach noch im selben Jahr befinden. Also das halt einfach nicht so viel, also vielleicht sind Monate vergangen, aber es ist kein ganzes Jahr vergangen. Ich weiß nicht wo, sorry, in welchem Jahr waren wir das letzte Mal? Also in welchem, ich glaube, wir hatten in 1097, wo Ginny entführt wurde, hatten wir vor 14 Jahren, so da war aber Bonnie noch nicht geboren. Dann wurde ja Bonnie geboren, da sind ja dann Jahre vergangen. Also auf der letzten Seite von 1098 sagen die Leute halt zu Kuma, es ist genauso wie vor 16 Jahren, er ist wiedergekommen und will halt die Insel säubern. Das heißt, seit die, die Insel befreit haben, sind 16 Jahre vergangen. Dann kam er wieder, die haben die Revolution gemacht und dann ist er König geworden. Dann müssen wir ja gucken, wann die Insel befreit wurde. Das war so und so viel, vor so und so vielen Jahren oder nicht? Das stand da, glaube ich. Genau, genau. Das stand, glaube ich sogar, ich muss nur gerade schauen, weil dann können wir, dann können wir gefühlt, dann können wir gefühlt rekonstruieren, wann das halt war. Weil mich würde das auch interessieren, weil gerade in diesem Ginny-Chapter war ja acht Jahre nach God Valley, das heißt vor 30 Jahren. Dann hatten wir das mit vor 25 Jahren, wo sie ja sagt, ey, willst du mich heiraten? Und er so, ja, nee, nee. Dann hatten wir vor 22 Jahren, wo Bear gefangen genommen wurde. Äh, wo sie und Jay. Ja, ja, Bear wird ja gefangen genommen mit den Leuten und Ginny. Ach so, wo ja dann Dragon und Co. Genau, wo Dragon und so halt kommen und dann werden sie zu Revolutionären. Das heißt, vor 22 Jahren sind die da gewesen, die Revolutionäre. Und wurde der König abgeschafft. Genau, das ist das Jahr, wo er abgeschafft wird. Und dann 16 Jahre später ist er wiedergekommen. 16 Jahre später. Das heißt, wir sind bei vor sechs Jahren. Vor sechs Jahren. Theoretisch. Ja, theoretisch. Am Anfang des Chatters. Wir sind vier Jahre vor dem Start der Story und sechs Jahre vor der aktuellen Zeit in der Story. Das heißt, Bonny ist sechs. Bonny müsste sechs sein, ja. Ja. Das heißt, so. Gut ausgerechnet. Aber was bedeutet das jetzt für Ace? Das bedeutet, das bedeutet, weil Ace drei Jahre vor Ruffy gestartet ist, also, es sind in der Gegenwart vor fünf Jahren, drei Jahre vor dem Start der Story, das heißt, es muss vor in einem Jahr, in einem Jahr, in einem Jahr, muss dieses Angebot kommen, welches Ace ausgeschlagen hat, weil dann sind wir ja vor fünf Jahren. Ja, warte, er segelt Ace noch ein bisschen, bevor er das Angebot kriegt? Nee, der hat im ersten Jahr gefühlt sein Angebot bekommen. Also, das ist schon sehr, sehr early, wann er das halt kriegt. Selbst wenn es vor vier Jahren wäre. Also, entweder vor vier oder vor fünf Jahren ist dieser Timeframe... Ja, macht doch auch Sinn. Es ist halt frisch nach Grey Terminal, weil der kommt da hin, er sagt, ich habe die Inspiration bekommen. Und dann heißt es ja später hier auch noch von Dragon, ja, hier, Bro, Sabo will dich wiedersehen und so. Das ist ja alles schon geschehen und wenn ich mich erinnere, war Ace ja nicht mehr lange da, nachdem Sabo gestorben ist. Nee, doch, der war dann sieben Jahre. Echt? Da war er ja zehn. Ach, scheiße. Und Ruffy war sieben. Aber das Ding ist halt diese Samurai-Sache. Also, wenn wir uns jetzt nicht komplett verrechnet haben, dann sind wir jetzt gerade vor sechs Jahren vor der aktuellen Story und vier Jahre vor dem Beginn der Story, weil es... Ich glaube, den Timeskip. Ein Jahr bevor Ace die Empfehlung bekommen. Genau, ein oder vielleicht maximal zwei Jahre bevor Ace dieses Angebot bekommen hat. Das heißt, es ist immer noch im Raum, dass Bear diesen Posten angenommen hat. Darf ich fragen, hat man gesehen, wie er das bekommt oder wurde das nur geschrieben? Nee, es wird immer nur gesagt, dass Ace das Angebot bekommen hat und ich glaube, in diesem Ace-Manga sagt er dann halt auch noch mal, ey, ja, bla, ich habe das Angebot bekommen und das... Ey, komm mal, du hast ein Angebot bekommen und er lehnt es halt ab. Weil das sind halt so wieder andere Fragen wie Jinbei hat... Ist ja auch schon Shibukai geworden. Er hat sein Angebot zu einem Zeitpunkt bekommen, zu dem Gekomoriya schon ein Shibukai war, weil er hat das mit der Fledermaus gemacht bekommen. Genau, das ist halt generell alles so weird, diese fucking Fledermaus. Auch Buggy hat mit der Fledermaus das Angebot bekommen, obwohl Buggy, obwohl Gekomoriya gefühlt fast schon getötet worden wäre von Doflamingo. Also, die Fledermaus, ich glaube halt schon, dass das von Gekomoriya irgendwie halt kommt, weil es eine easy Möglichkeit, so ein bisschen wie die Eulen in Harry Potter. Und das passt halt zu Shibukai. Ja, einer von denen macht das sozusagen. Deswegen, also ich kann mir immer noch vorstellen, dass... Und das wäre halt wirklich nice, wenn Oda sich sagt, ey, diesen Posten, den Ace nicht angenommen hat, hat jemand anders dann halt angenommen und das wäre dann halt jetzt Bär. Ja, das würde dann so... Das würde ja auch irgendwo Sinn machen, weil... Also, ich stelle mir das halt jetzt mittlerweile nach diesem Chapter so vor, dass Vegapunk ihm da praktisch die Referenz geschrieben hat. Maybe. So, ja, äh... Nehmt den mal auf. Ihr sucht doch noch einen für den Samurai. Also, keine Ahnung. Kann man... Kann natürlich auch sein. Ich glaube eher, dass das in eine Richtung ging von Saturn, der halt angekommen ist und nach dem letzten... Nach der letzten Seite von diesem Chapter hier gesagt hat, so, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, wir haben zwei Sachen, die jetzt nach dem Chapter noch offen sind. Bonnie muss entführt werden und Bär muss Samurai werden. Und ich glaube, dass diese beiden Dinge zusammenhängen. Also, dass halt... Bonnie wurde ja gefangen gehalten von der Weltregierung und ist ja... Und das ist genau der Punkt, die ist ja wahrscheinlich dann irgendwie geflohen oder es wurde ausgetauscht, ihre Freiheit dafür, dass Bär was gemacht hat. Und dann, glaube ich, hat die ihre Reise gestartet, wo wir aber immer noch hier zu dem Zeitpunkt immer noch ein paar Jahre vor der Gegenwart ja entfernt sind. Und es gab halt irgendwie immer noch dieses Versprechen und deswegen zögern selbst Leute wie Akainu oder sowas gegen sie zu machen, weil, ey, man ist halt irgendwie die Spitze der Asozialität, sein Versprechen, einem Mann gegenüber zu brechen, der theoretisch nicht mehr was dagegen tun kann. Das und ich glaube aber auch tatsächlich, auch wenn, auch wenn es dann, ja, das Ding ist, das ist halt so ein schwieriges Thema, aber sie hat ja Tenryu Bitu Blut und wir haben gesehen, dass selbst Shanks sehr wahrscheinlich zur Figureland-Familie gehört und immer noch eine Audienz mit den Tenryu Bitu und mit den Gurusei haben darf, dass selbst eine Bonnie, auch wenn sie verstoßen ist, soll dann halt nicht ... Aber durfte Doflamingo? Doflamingo hatte Special Connections, weil der ja an sehr wahrscheinlich weiß, dass Imo existiert. Okay, der, also der durfte auch. Der hat halt, ne, Doflamingo. Der wurde da auch nicht rausgeschlossen. Doflamingo, und das hat er ja gesagt, er wird toleriert, weil er weiß, was der Schatz von Mary Joa ist. Ja, aber nicht, weil der Tenryu Bitu Blut in sich trägt. Nicht mehr, ne, ne. Das ist ja genau, aber das ist klar, ich finde bei Doflamingo macht es halt Sinn, weil der hat es halt aufgrund, ey, ich habe Infos und wenn die Infos, wenn ich die leake, dann habt ihr halt heftigste Probleme. Ja, aber ich denke mir halt so, weil so ... Wobei ich mir da wieder denke, tötet den einfach. Ja, aber geht nicht, weil Tenryu Bitu und da hast du es halt so. Weil so ein Shanks, als ob der nicht auch schon in seiner rebellischen Phase 10.000 Mal gesagt hat, warst du Tenryu Bitu, ich bekomme Tenryu Bitu. Ich glaube bei Shanks tatsächlich ist es auch eher dieses ... Naja, schon, ne. Nee, die sind ja ausgetreten. Ja, aber das Blut ist ja da. Und das meine ich halt so, es ist denen ja scheinbar egal, was die Person darüber denkt, weil so eine Bonnie hat da keinen Bock drauf wahrscheinlich, wenn sie es wüsste. So ein Shanks hatte bestimmt zumindest zu einem gewissen Punkt überhaupt keinen Bock drauf, aber Blut ist Blut. Und ich glaube bei Shanks kannst du immer noch, der ist ein Kaiser, der will eine Audienz, dann kannst du es argumentieren, als ey, ja, ja, es ist ja auch einer von uns irgendwo und wir sollten uns vielleicht mal anhören, was er zu sagen hat. Das wollte Big Mom auch. Er hat es nie bekommen. Ja, aber fang nicht mit Big Mom an und Mother Carmel, Alter, mit wir beten die Sonne an und Riesen werden auf Marineford vielleicht doch gerettet, weil eine Sonne scheint und so. Ich glaube, das auf Elbaf wird noch wichtig. Vielleicht verarbeite ich das irgendwie in einem Video noch, aber da gibt es auch sehr, sehr viel, glaube ich, noch Diskussionsstoff. Obwohl wir, obwohl wir eigentlich Big Mom jetzt so langsam mal abschließen sollten, dass der Charakter existiert. Ich sehe noch auf jeden Fall mindestens noch einmal das Thumbnail mit Big Mom G5 in deinem Channel und ich sehe auf jeden Fall demnächst noch mal das Thumbnail mit Bonnie in G5 in deinem Channel. Ja, nee, G5 tatsächlich ist ausgespielt. Es ist jetzt immer der Charakter, es ist immer der Charakter, der die Tatze hält. Ja, genau. Bonnie hast du noch nicht mit der Tatze gehabt. Das ist die neue Meta. Ja, Bonnie ist noch eher so, ich dann eher mit Big Mom, mit Kaido, der die Tatze hält, muss man mal gucken. Das ist auf jeden Fall ein gutes Thumbnail für Theorien. Und demnächst Glumanda, der die Tatze hält. Glumanda, einfach irgendein Charakter, der gar nicht zum Franchise gehört. Verzüglich. Satoru Gojo hält die Tatze. Sehr gut. Ja, aber das ist schön, dass diese ganzen Orte hier besucht werden. Gerade Bear auch mit so seinem Umhang da irgendwie. Und ich finde es auch, es ist eben so ein bisschen herzerreißend, wo du ihn da halt am struggeln siehst. Die Hand am Kopf, so am Zittern, weil er hat jetzt so viele Orte besucht und es hilft halt alles nicht. Es war auch die Frage, was genau kann Heraklisten da jetzt machen? Was war das Tolle an dem Dude? Ja gut, den kannte er ja vor wahrscheinlich nicht. Der hat halt vielleicht mit diesen Green Pops, oder wie sie heißen da, dass die vielleicht was heilen können. Ja, aber Henry, ich verstehe zwar deine Logik, aber dann kannst du halt ja quasi durch eine gut belebte Stadt gehen und einfach jeden fragen. Wenn du halt einfach jede nächstbeste Person fragst. Oder in einer gut belebten Stadt würdest du wahrscheinlich direkt zu einem Krankenhaus gehen. Ja, und da hat er schon ausprobiert. Geht halt nicht. Aber meine Frage ist halt eher, was soll so ein Eremit dem halt erzählen können? Ich frage mich dann halt tatsächlich, weil Bear, ich schätze den schon halt sehr smart ein, sodass der sich nicht vielleicht auch das Buch der Teufelsfrucht angeschaut hat und da sieht, ey, guck mal, es gibt die Operationsfrucht, und dann aber, ja gut, die hat aber jemand gegessen wahrscheinlich. Ey, guck mal, da wird vielleicht gerade ein Pirat bekannt, der als der Chirurg des Todes bezeichnet wird. Vielleicht gehe ich mal zu dem. Also, weiß ich nicht, weil, klar, er weiß natürlich nicht, dass Lor ein D-Träger ist, aber, dass er es halt dann auch bei Leuten mit besonderen Fähigkeiten probiert, weil Bear sagt ja in diesem Chapter auch, ey, ich hätte sogar den Deal mit dem Teufel eingenommen, um sozusagen sie zu retten. Also, mein Gedanke wäre dann, ey, es wird doch bestimmt Teufelsfrucht-Fähigkeiten, vielleicht sogar Mon Cheris-Fähigkeit, die die retten kann, also irgendwelche Fähigkeiten, oder Marcos-Frucht mit heilenden Fähigkeiten. Wir haben ja oft drüber geredet, die Opio-Penomie, aber auch eben Bartolomeus-Bärs-Frucht selbst, mit dem er ja theoretisch, so wie Schmerzen und alles andere, ja wahrscheinlich auch eine Krankheit rausdrücken könnte. So, ne, aber das passiert hier halt nicht und es macht auch Sinn von dem narrativen Hintergrund, dass man halt diese Journey zeigen will, aber in meinem Kopf hätte das möglich sein müssen und in meinem Kopf wurde Bear immer als eine Person dargestellt, die im Zweifelsfall das selber auf sich genommen hätte, anstatt halt so zu tun, das hätte es keinen Ausweg gegeben. Also, das finde ich schon ein bisschen komisch, so, ich meine, klar, am Ende kannst du immer noch sagen, ja, es geht alles außer Krankheiten, Verletzungen gehen, Krankheiten nicht, wo ist der Unterschied? Äh, keine Ahnung. Ja. Aber zum Glück braucht er ja diese ganzen Lösungen nicht, denn er wird ja hier auf See aufgegriffen von seinen alten Freunden, äh, Dragon und Co. Ganz kurz, kleine Bemerkung noch, und zwar, äh, die, das Paneel, wo er da, äh, zuerst ist ja auf Tequila Wolf und dann ist er da auf in dieser anderen Stadt, sind, ist das da, wo die Langarm, äh, Tribe lebt? Ist das da, wo er Brooke hinschickt? Es ist so nichtssagend, es ist einfach nur, ja, ja, doch, kann das sein, das sieht der eine nicht so ein bisschen aus wie der Manager von, von Brooke. Ja, ich versuche halt einfach nur zu beurteilen, ob die halt längere Arme haben als sonst. Nee, weil die Weißen, die die Langarmen, die haben so noch mehr gebrochen, also gefühlte Längere und noch mehr. Ja, die haben halt ein zusätzliches Gelenk. Genau, die haben so ein zusätzliches Gelenk einfach. Das sehe ich da nicht, aber dahinter ihm raucht es wieder, also irgendwie gab es wieder eine Auseinandersetzung. Plus diese Leute, das war ja nicht der Ort der Langhals, sondern der Manager war, glaube ich, einfach nur von dem Volk, weil die Heimat von denen haben wir ja in der Coverstory, und da kriege ich jetzt die schöne Referenz zu, haben wir von Blue Gilly und Ideo nämlich gesehen, und da waren Abdullah und Jeet nämlich zu sehen. Aber gab es nicht ein Plotline, oder war das dann irgendein Filler im Anime bei Brooks Storyline, dass es doch darum ging, dass der Langarm und der Langbeintribe sich bekämpft haben, und Brooke das geschlichtet hat? Ich weiß nicht, ob Brooke das, ich weiß, dass das in der Coverstory von den beiden, also von der Coverstory von Blue Gilly und Ideo behandelt wird. Kann aber auch sein, dass das bei Brooke passiert, weil bei Brooke wurde das ja, oder beziehungsweise diese ganzen Handlungsstränge wurden ja teilweise auch in Coverstories erzählt, und dann aber auch später im Manga weitererzählt. Also kann schon sein, und vielleicht hat der Anime da auch einfach extended, und dann halt mehr Plot draus macht. Das Hauptding war ja zumindest da, dass Brooke halt einfach ausgestellt wurde am Anfang, weil lebendes Skelett und so. Erst wurde er angebetet als Satan, und dann als Soul King sozusagen. Das ist ja so das Ding, erst als Gott und dann als Musikgott sozusagen. Und da genau war dann der Manager und so beteiligt. Eigentlich krieg's halt auch nicht mehr zu 100 Prozent zusammen. Aber wäre halt mal interessant zu wissen, vor allen Dingen hat er die da gerade frisch befreit und dann gefragt, was geht so? Hey, habt ihr ja zufällig gegen diese seltene Krankheit irgendwie? So, ey, wir sind frei, wir sind frei. So, ja, ja, alles gut, ihr seid frei, brauchen wir nicht danken, ist alles okay. Aber ich hab ne Frage, so. Und keiner kann sich konzentrieren. Wer ist von euch Arzt? Habt ihr einen Arzt hier? Ja, und den Weveria-OP fragt er, ob diese Wetterblase irgendwie hilft, weil er da so drauf zeigt. Das ist durch das Meme, ne? Dieses Schmetterlings-Meme, was man manchmal kennt. So, was ja auch, ich kenn den Anime leider nicht, aber was ich mittlerweile gehört hab, das ist ein Roboter, der Typ. Ich dachte immer, es wär ein Alien, aber das ist ein Roboter, der halt in dem klassischen Meme den Schmetterling zeigt und fragt, ist das ein Vogel? Und in dem Fall, ist das Medizin? Ist das Medizin? Hey, hier da, ist das Medizin? Wir zeigen auf Globuli und fragen, ist das Medizin? Aber was halt Sinn macht, ist natürlich, dass er auf, ich weiß, kenne er ja den Namen der Winterinsel nicht, wo halt ja Vegapunk geboren worden sein soll. Jetzt natürlich alles ein bisschen paradox. Er wusste nichts von Vegapunk, wusste aber anscheinend trotzdem, dass diese Insel in irgendeiner Weise für Technologie vielleicht bekannt ist. Ich glaub, der ist da einfach random hingekommen. Oder ist da random hingekommen? Das ist doch alles random. Weil da gibt's ja noch den Anlass zu sagen, okay, ich gehe zu Island of the Future. Da wurdest du auch sogar so genannt oder nicht? Ja, ich glaub schon. Ja, und ich frag mich auch bis heute, was diese komische Gebilde da hinten sein soll, was da so eingefroren ist. Jetzt, wo man den Eckhead-Dome und so kennt. Irgendwelche Entwicklungen von Vegapunk, die einfach eingefroren sind. So, ah nee, keinen Bock mehr dran zu arbeiten. Aber auch das war ja, wie wir hier fahren, nicht die Insel, wo er die längste Zeit geforscht hat. Denn, äh, die Insel war ... Pankhazad war halt, das war das Major-Labor. Fuck that shit, du hast absolut recht. Dann, nachdem das, ich weiß gar nicht, welcher Zeitraum das war, aber dann ist ja, hattest du ja fucking Caesar, der so ein bisschen aggro wurde und dann auf den, drück nicht auf den roten Knopf, und dann hat er auf den roten Knopf gedrückt, dann ist das ja explodiert. und ab da an ist er, glaube ich, dann nach Eckhead gegangen. Das sehen wir ja hier so ein bisschen. Der hat da schon die Drachenfrucht hinterlassen. Ja, ja. Der hat da schon gemacht. Das heißt, da war der Kaido und King waren ja auf Pankhazad. Kaido ist schon wahrscheinlich jetzt Kaiser, weil auf der Flucht ... Jetzt safe, jetzt ist er auf jeden Fall Kaiser. Das ist schon nach Rocks und so, ja. Oh Mann, ey, jau. Ich meine, wir sehen ja hier die Anfänge von Eckhead. Hier steht ja sogar Future Location. Das ist doch ein richtig spicy Zeitpunkt gerade, also für die One-Piece-Welt. Wo so sehr viele Sachen in Bewegung sitzen. Ja, safe. Also auch das finde ich krass, weil zum Beispiel das, was später Eckhead ist, sieht ja aktuell gerade gar nicht aus wie Eckhead. Ja, genau. Es ist halt so ein Labo im Aufbau. Ja, genau. Es ist so ein Container. Ja, es ist so, ey, ich bin jetzt hier. Ich brauche mal noch ein paar. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gibt es auch die Satelliten noch nicht. Also, dass er die ja auch noch nicht gebaut hat. Da hat er noch seinen Riesenkopf. Genau, der hat den Riesenkopf. Stimmt, das ist, glaube ich, der Indicator. Denk mal, den hat er auf sechs Teile aufgeteilt. Ja. Beziehungsweise irgendwann hat er ihn aufgeschnitten Ich brauche noch eine neue Schädelkopf. Aber um das für die Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen, ja, einzuordnen. Wir reden jetzt hier schon so darüber. Also er hat ja Dragon getroffen. Yes. Und der hat ihn praktisch weiter vermittelt an, an, ähm, Vegapunk. Vegapunk, ja, genau. Danke. Wir sehen Drakons. Schiff? Yes, aber die kennt man. Kennt man das schon? Ja, ja, das kennt man. Die Windgranma. Ah, das schwarze Drachenschiff. Ja, das hat man, also, safe, weiß ich, dass man es gesehen hat, als Sabo gerettet wurde, wo dann, äh, Ja, stimmt. Wo die dann sagen, ey, Proviant haben wir geholt. Und dann, ey, was ist das? Warum bist du so verletzt? Und dann siehst du halt Zorro trainieren und im Background siehst du halt das Schiff. Weil die haben das ja im Shimotsuki Village, haben sie ja die Vorräte geholt. Und das war mir tatsächlich auch schon bekannt. Yes. Und wir sehen auch zwei von den vier, äh, Kommandeuren, ne? Yes. Äh, neben, ähm, na, wie heißt der Riese? Morley. Morley. Bello Betty in jüngeren Jahren. Die ja, das fand ich sehr, sehr süß, wie sie dann noch praktisch um Bears Erlaubnis, äh, bittet, äh, die zukünftige Anführerin der Revolutionsarmee von, vom Norden. Genau, äh, vom Osten, ja, richtig. Was ja vorher Genie war. Yes. Und das finde ich halt, denn jetzt musste man es nämlich korrigieren, ich dachte tatsächlich damals, dass das noch nicht dieser Titel ist, weil sie ja noch keine Armeen hatten. Sie waren ja eigentlich so, das ist halt anscheinend dann doch der Titel, den sozusagen jetzt halt Bello Betty hat, weil sie wird ja sonst nicht um Erlaubnis fragen, diesen Titel zu tragen. Ähm, das heißt wahrscheinlich waren die Revolutionäre zu diesem Zeitpunkt sogar schon größer, als man gedacht hat in diesem Punkt der Story. Ja, scheinbar. Ich meine, Dragon droppt ja hier auch nochmal so gesehen die Info, dass ja, äh, Inazuma und Ivankov auch schon gefangen genommen wurden. Das heißt, ähm, ja, die sind halt sehr, sehr groß mittlerweile, haben dementsprechend auch größere Missionen wahrscheinlich. Und da... Die haben ja schon Nachwuchs, wie hier erwähnt. Genau, richtig. Und, äh, da werden dann halt auch manchmal, äh, ja, Leute gefangen genommen, beziehungsweise sie müssen halt auch mal Verluste, äh, äh, einstecken. Ähm, ja, und dann, bevor es dann nach, ähm, Eckhead im Aufbau geht, kommt noch der schöne Satz, äh, in dem wahrscheinlich wieder viel reininterpretiert werden, interpretiert werden dürfte von wegen, geh dahin, wo der Wind des Schicksals dich hinführt. Ähm, ähm... Obwohl Dragon den Sturm heraufbeschwören wird, den die D-Träger anscheinend bringen werden. Ja, also, äh, es hat natürlich, war natürlich wahrscheinlich wieder, äh, gefundenes Futter für alle, ähm, Tinfoil, äh, Freunde. Ja, plus, ich finde auch Bärs Satz mit, ey, wenn ich Bonnys Krankheit heilen kann, dann bin ich wieder bereit, um mit dir zu kämpfen, mein Freund, so. Dieses typische Versprechen, was sich wichtige Anime-Charaktere geben, und wir wissen in der Gegenwart, dass Bonnys Krankheit geheilt ist, und wir haben noch nicht gesehen, dass die beiden wieder zusammen gekämpft haben. Also, ich glaube, dass auch da eine kleine, subtile Sache von Oda versteckt wird. Tragisch, tragisch. Yes. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich fand das Gespräch zwischen denen auch alles ziemlich cool gemacht. So, ich finde, die Revolutionäre kriegen hier auch richtig, äh, Screen Time. So, wir haben ja immer auf den Revolutionär-Flashback gewartet, und das ist ja eigentlich schon so die erste Hälfte davon. So, das muss jetzt eigentlich nur noch mit, äh, da müssen nur noch die Lücken gefüllt werden, die wir gefüllt sehen wollen, sozusagen. Aber im Großen und Ganzen weißt du jetzt, was die Revolutionäre sind, für was die stehen, wo die herkommen. Wann sie gegründet wurden. Wann sie gegründet wurden, genau. Und was halt auch so ein bisschen der, der, der treibende Faktor dahinter war, ne? Ja. So, Kuma, Dragon, äh, beziehungsweise bei Dragon weiß man es nur so halb, weil der Marine-Soldat war, der keine Gerechtigkeit fand. Aber bei, bei Kuma und bei Ivankov und bei Genie, da hast du ja... Oder Sabo, also gerade, ich finde es so schön, dass halt, und das ist halt, das muss man, oder, da muss man den Mann einfach loben, weil wir kennen die Revolutionäre seit Post-Innes Lobby, sozusagen, seit über 600, 700 Chaptern kennen wir, dass es diese Organisation gibt. Dragon kannte man schon viel, viel früher, ne? Hat man ja gesehen. Aber in der ersten Hälfte hat Oda halt immer wieder einfach nur Characters established und gesagt, ey, die gehören dazu, die gehören dazu, die gehören dazu. Und dann hat er erst angefangen, in der zweiten Hälfte das ein bisschen mehr auch zu erklären. Was ist deren Motivation? Was machen die? Und das halt wirklich durch so viele Perspektiven. Du hast Ivankov, Sabo, Koala, Hak. Dann hast du halt wirklich eine Bär. Du hast jetzt erst ein bisschen Dragon noch so. Und jeder repräsentiert so ein bisschen eine andere Perspektive, aber die meisten haben halt eigentlich diesen Background, und sie waren Sklaven oder sie wurden von Adeligen oder Königen irgendwie schlecht behandelt oder von Tenryubitu direkt. Und das war oft die Motivation, dabei zu sein. Und wie Victor schon richtig sagt, eigentlich fehlt jetzt nur noch dieser, die letzten Stückchen von Dragon. Dass der da so ein bisschen erklärt, ey, warum tickt er überhaupt so und warum hat er überhaupt diese Gruppierung aufgebaut? Weil selbst ein Bär ist ja, ich will nicht sagen nur ein Mitläufer, aber er hat nicht die Revolutionäre gegründet, sondern der hat einfach gesagt, ey, das ist ein Held für mich, dem will ich mich anschließen. Ja, wir sehen ja auch immer wieder bei Bärs Flashback, aber er tut halt einfach das, was er für richtig hält. Bär ist Ruffy. So, glückgesagt, Mann, Ruffy hätte wahrscheinlich fast immer genau das getan, was Bär gemacht hat. So, er hätte die One-Man-Revolution durchgezogen, so, er hätte auch die Flotte da versenkt, so, und insofern, ja, Nika durch und durch. So, es ist halt immer wieder dieses, ja, Mindset, der Wille des Feuers, wenn man die Naruto-Referenz zum dritten Mal sozusagen, ja, aber das ist es ja, ich meine, das war es ja schon immer, ne, so seit wir bei Naruto den Willen des Feuers kannten und dann erfahren haben, ah, das D in der One-P steht für irgendwas, war es eigentlich in unseren Köpfen, die halt so klassisch in den 2000ern mit Shonen-Mangas aufgewachsen sind, so, ah, das ist das Gleiche. Ey, ich call es jetzt, falls Bär Eckett nicht überlebt, weil ich glaube, mittlerweile steht sehr, sehr, sehr wahrscheinlich fest, dass er nach Eckett kommen wird, nach diesem Flashback und es ist noch unklar, ob er überleben wird oder nicht, aber falls er es nicht schafft zu überleben, glaube ich, dass er mit einem Lachen auf dem Mund sterben wird. Ja, auf jeden Fall. Aber die Sonnenbrille muss natürlich kaputt sein. Die muss kaputt sein. Ja, man wird seine Augen halt sehen. Genau. Nicht so, wie er auf dem Tyrannen-Kopf geht, wo es da aussieht, wenn er böse ist, sondern mit den Augen. So wie Bonnie ihn immer gesehen hat. Wie Bonnie ihn gesehen hat. Und wie wir ihn ja auch in diesem Flashback kennenlernen, mit diesem lachenden Mund irgendwie. Es ist aber erstaunlich, was dann doch auch in so einem gezeichneten Medium Augen machen können, wie man den Charakter wahrnimmt. Ich glaube, Augen ist echt sehr wichtig, einfach wie du die in Szene setzt. Weil dieses Weiße, was er halt immer hatte, diese quasi verspiegelte Brille, jetzt wird es mir halt so richtig klar, das ist halt original so dieses Robocop-Ding, sodass du halt keine klare Augen mehr hast, sondern diesen Streifen. Und der ist zum Scannen und Erkennen da quasi, so nicht wirklich, um die Emotionen zu vermitteln. So dafür ist das nicht geeignet. Ja, genau, das ist im Gegenteil. Das ist Emotionslosigkeit. Genau, genau. Es ist halt so, quasi so eine Maske über den Augen. Und das ist halt schon ein cooler Kontrast. Es ist halt cool, was man damit machen kann. Also zum einen, wie du schon sagst, dass man diese Emotionslosigkeit zeigen kann. Du kannst da aber auch Gerissenheit mit zeigen, dass halt jemand oder halt, dass jemand smarter ist als jemand anders. Also du kannst das schon öfter benutzen und dann immer, je nachdem wie du wahrscheinlich die Brille zeichnest oder die Augen, wie gespiegelt das dann halt aussieht. Aber dieses, ob man eine Pupille zeichnet oder nicht, ist halt echt ein Stilmittel einfach. Und die Mundwinkel waren ja immer unten. So gerade Kuma, das war ja der Klassiker. So, wenn der da steht, der ist ja immer mit dem Mundwinkel noch unten und da halt immer so ganz leise und ruhig gestimmt. Mit einem Arm die Bibel noch. Ja, genau. Und dann hörst du aber, ey, er will wie Nika tanzen oder wie Nika sein, der ja eigentlich fürs Lachen bekannt ist. Und dann lernst du ihn so ja auch größtenteils im Flashback kennen. Und das weiß ich nicht. Ist halt auch wieder gutes Storytelling. Wie wird er uns established? Wie erinnert sich Sabo an ihn? Und wie ist er damals wirklich gewesen, bevor wir ihn kennengelernt haben? Und ja, es ist halt crazy, dass zum einen Dragon ihm hier ja einen Tipp gibt, ey, geh doch einfach zu Vegapunk. Weil wir haben ja gesehen, dass die beiden sich getroffen haben und auch anscheinend vor dem Ohara-Zwischenfall sich ja auch schon kannten, dass Dragon irgendwie vorher schon Kontakt zu Vegapunk hatte. Er hat ja Kuma auch gesagt, Kuma gibt das ja später weiter, so ey, Dragon meinte, man kann dir vertrauen. Ja. Kann man. Das ist ja nicht einfach eine Kleinigkeit, weil ich glaube, Dragon vertraut nicht vielen Leuten. Das ist halt so das Ding. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr ganz vor Augen, aber ich meine, es war ja dann auch so ein bisschen so dieses Ding, ja, wenn Dragon dir halt vertraut, dann vertraue ich dir halt auch. Ja, und Dragons Vertrauen wurde aber gebrochen, denn am Ende sagen sie, oh, Dragon wird das gar nicht gefallen. Ja, stimmt. Aber vielleicht ganz langsam, weil sie kommen ja erst mal, ist Kuma froh, wie du gesagt hast, dass er erst mal einen neuen Anhaltspunkt hat. Holt Bonnie ab, da ist die Szene, von der wir geredet haben, wo sie jetzt schon, ja, viel trainiert hat anscheinend als kleines Kind und auch wenn der Dude sagt, so, ja, ich habe sie gewinnen lassen, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja. Ich glaube, dass die einfach schon recht krass geworden ist und mit ihr gemeinsam zieht er dann halt los nach. Können wir kurz noch einmal über ihr T-Shirt reden. Ich glaube, das wird Ruffy, glaube ich, auch sehr gut gefallen. Wenn er nicht auch schon mal so eins hat, Alter. Ja, safe, ey. Das ist bestimmt von, es gibt doch in dem One Piece Universum gibt es doch diese Panda-Marke, die, vielleicht ist dieses T-Shirt ja von... Die Panda-Marke und die Marke von Papak. Von Papak, genau. Ja, der hat ja auch hier... Nami trägt das doch immer. Ja, das sind wahrscheinlich so Designer-Pieces. Ja, das sind Designer-Marke. Das ist ja das Gucci, so ein bisschen dieses, wo du einfach eine teure Brand hast. Und diese Panda-Marke ist wahrscheinlich so das Zara H&M. Maybe. Panda-Man for the everyday. Also für den klassischen Dude. Ja, aber genau, dann fahren sie los nach Elkett und das fand ich irgendwie auch so sweet, dass Kuma sich ja auch überlegt hat. Er hat ja quasi diese Box gebaut, in der... Diese kleine Hundebox. Ja, genau. In der Bonnie halt komplett geschützt vom Sonnenlicht reisen kann und bringt sie halt so nach Elkett. Und da lernen sich eben diese drei doch sehr unterschiedlichen Figuren kennen. Zum einen eben dieser riesige Kuma, dann halt dieser, wie so ein Strich quasi, Vegapunk mit seinem riesigen Kopf und wirklich mikroskopisch kleine Bonnie, die da so dazwischen aus dieser Box heraus loopt. Das ist schon irgendwie ein sehr klassisch One-Peace-mäßiges Bild. Und alle sind irgendwie begeistert von der jeweils anderen Physik des Körpers. Ja, tatsächlich. Aber was mich wieder direkt überrascht hat, so weil, ja, Kuma ist groß, aber groß sind doch viele. Ja. So wo ich mich dann doch wieder frage, oder sind Whitebeard, Kaido, Big Mom und, und, und alles Buccaneers. Dam, dam, dam. Nee. Nee, glaube ich auch nicht. Vielleicht Big Mom. Maybe. Vielleicht am ehesten noch Big Mom. Aber bei Big Mom tatsächlich, da wurde ja schon immer gesagt, und das wird ja auch in den Chapter Natural Born Monster oder so wird sie ja genannt. Genau. Das ist halt einfach, die ist halt einfach genetisch, oder Natural Born Destroyer ist der Chapter, die ist halt einfach genetically megastark. Würde Saturn über jeden Buccaneer genau so behaupten. Das ist ein naturgeborenes Monster. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dadurch, dass es noch vorher, weil sonst hätte Big Mom, weil es wird ja gesagt, die braucht drei Völker noch in ihrem Land. Ja. Die Lunarians, die Riesen und wahrscheinlich die Buccaneers. Das hat er niemals je gesagt. Das ist ja der absolute Ultimative Twist. So, was? Ja. Es war in meinem Herzen von... Ey, wenn, ganz ehrlich, am Ende soll sie sein, soll sie ruhig sein, kann sie sein, so wenn das am Ende auch rauskommt, so ey, am Ende, why not? Ich such halt nur immer... Dann war sie immer ein halber Riese. Vielleicht wird sie dann mehr glücklich. Weil irgendwann, irgendwann kannst du auch nur noch so viele Erklärungen dafür haben, warum in einem Universum eine Person fünf Meter groß ist und übermenschlich stark. Nein, sie ist kein Riese. Aber das ist das Ding. Ich finde immer noch, so ein Fünf-Meter-Dude wie Katakuri, der ist ja fünf Meter fünfzig oder so, den, okay, komm, I take it, weil, mein Gott, Du Flamingo, drei Meter vierzig, I take it as well. Das Ding ist, ich finde, wenn wir bei diesen Größen sind, die fast Riesen sind, weil ein Riese ist, glaube ich, durchschnittlich zwölf Meter. Wenn jetzt ein Charakter zehn ist, dann ist so, ah, er meint, was hat denn ein Bär, so acht Meter? Wahrscheinlich, ich schätze ihn auch so auf acht, neun wahrscheinlich. Ja, und das ist beim besten Willen so, oder das nicht als Riese bezeichnet, das ist halt einfach nur so, ja, weil er keiner ist. Aber es ist halt einfach, in der Real Life ist das ein Riese. Ja, verstehe ich. Für jeden, der 1,80 ist, ist das ein Riese. Ja, klar. Da ist es scheißegal, ob der 15 oder 20 oder 80. Aber ich bin tatsächlich eher in dem Lager, wo ich mich, glaube ich, mal eine Bestätigung haben möchte. Weil mittlerweile wissen wir, er ist ja ein halber Riese, er ist ja ein Bacanier, er hat ja Riesenblut in sich. So, was ist mit den ganzen Charakteren, die Hörner haben? Ist es so, dass das wirklich ein eigenes Volk ist? Oder können Menschen in One Piece einfach halt als rezessives Gen auch Hörner haben? Dass halt ein Kaido, eine Yamato, ein Caesar, ein Magellan, dass die, dass die halt Hörner kriegen können? Oder ist das ein, keine Ahnung, eine Mischung aus, was weiß ich, welchem Volk? Ja, aus diesem komischen Tribe, den Big Mami in ihrem Buch hatte, mit den sechs Beinen, wie so eine Untertasse aussah, so, genau. Das meine ich halt. Das und eine Ziege, und dann kommt Gekko Moria aus. Deswegen kommen ja auch die ganzen, es gibt Dämonen in One Piece und es gibt Onis in One Piece. Ja, eisig nicht. Weil bisher ist das halt noch nicht wissenschaftlich genug von einem Vegapunk oder einem Caesar aufgearbeitet worden, dass wir darüber halt diskutieren können. Es ist halt die Frage, von wem hat Big Mami überhaupt die Info, wie viele Rassen hier noch fehlen? Ja, ja, ich glaube, die, der sagt nicht sogar, die muss ja alle Rassen kennen, oder? Dann hat sie die Info doch selber. Hat sie von den Buccaneers und von den Lunarians schon mal gehört? Ja. Wahrscheinlich gibt es Bücher, wahrscheinlich, die auch illegal sind, die sie nicht haben dürfte, wo dann was über die drinsteht. In der verbotenen Abteilung. In der verbotenen Abteilung. Ja, die Bücher sind nämlich verboten, aber hey, hier, die Yami-Yami-Frucht, eine der gefährlichsten krassen Teufelsfrüchte der Welt, mit denen du andere Teufelsfrüchte klauen kannst und ganz anderen Shit machen kannst. Das darf jeder wissen. Das darf der Opa bei sich haben. Das kann doch die, Es gibt sie auch nur einmal. Deswegen passt das schon. Ja, Ja, es ist generell so ein Ding, weil seitdem wir jetzt auch wissen, dass die Buccaneers anscheinend, wir haben erst die Lunarians gehabt, da dachte ich so, okay, cool, das ist ein Volk, also nicht cool, dass es die nicht mehr gibt, aber okay, es gibt ein geheimes Volk. Jetzt hast du die Buccaneers, die aber auch so sind. Noch geheimer. Genau, jetzt frage ich mich aber, gibt es ein Volk, was wirklich uns dann erst im Flashback vom verlorenen Jahrhundert, am geheime Testesten, was dann in der Gegenwart keiner mehr kennt. Es wäre schon, ja genau, es wäre schon cool, wenn man so einen Ausgestorbenen, also wirklich Ausgestorbenen, wo du weißt, ey, keiner in der Gegenwart weiß, dass es die überhaupt noch gibt. Antike Riesen. Ja, ja, aber das ist schon wieder so langweilig. Naja, es ist halt, also Oz ist schon ein bisschen ein anderer Schnack als so ein Hashodip. Aber du weißt ja, aber die Sache ist, du weißt ja von Oz heute. Du weißt ja, er ist ausgestorben, aber du weißt, es gibt die. Ich würde halt eher so dieses, die kriegst du nur in den Flashback und in der Gegenwart werden die einfach nicht mehr relevant sein, weil sie halt nicht existiert. aber dann wird doch eine Figur da von der Gegenwart dann auftauchen. So ist es auch immer. Ja, am Ende ist so Nische ein mythologischer Zorben. die werden sich dann aufgehoben für die Spin-Off-Serie von Monkeys. Da kommt dann halt irgendwie so der neue Antagonist. Vom Mond. Ja, maybe, maybe. Von einem der Monde. Ja, aber ganz ehrlich, trotzdem, interesting, weil es wird hier thematisiert, Buccaneers und oh ja, Bluttests muss ich mal machen und Viktor, du hast dich vor dem Podcast schon echt drüber aufgeregt, dass, ja, nicht mal Vegapunk anscheinend weiß, was die Buccaneers irgendwie special macht. Ich finde halt auch so dumm, wie das begründet wird, weil Kuma fragt einfach, ja, was ist denn an dem Buccaneers? Was ist das überhaupt? Und Vegapunk antwortet auf die Frage, was sind die Buccaneers? Ja, dafür habe ich noch nicht genug Daten aus seinem Blut gesammelt. Und du so, hä? Nee, sag ihm doch, was in deinem Lexikon steht. So, nicht, was du jetzt irgendwie an Detailen formest. Sag ihm einfach, was da steht. Er braucht halt erstmal selber, die besteht. Ja, es muss ein paar mehr Tests machen. Er weiß, was ein Buccaneer ist, aber um es zu sagen, braucht er mehr Daten. Und das ist so. Ich glaube, dass ein Bär schon weiß, das wird ihm ja auch gesagt, naja, du bist halt stärker einfach, so, du hast halt Riesenblut in dir. das ist halt so, ich glaube, das sind so die Basic-Sachen, die Bär wahrscheinlich weiß. Was Bär glaube ich herausfinden will, ist halt, warum er gehatet wird. Warum die so verachtet werden. Warum, ja, die eigentlich nicht leben sollen, die Buccaneers. Und ich glaube, da hat Vegapunk, vielleicht hat er die Antwort und will es nicht sagen, weil er weiß, dass sie belauscht werden von jemandem. Oder aber, er weiß es halt wirklich noch nicht und will halt erstmal ein bisschen ihn noch mehr, weil ein Bluttest reicht nicht. Ich brauche, ich muss dich drei Wochen hier haben. und wir müssen so, geh mal auf das Laufband, lauf da mal gerade für zwei Tage. Vegapunk entscheidet sich ja innerhalb von einer Minute praktisch, ja, nicht um, sondern steigert seine Idee nochmal, indem er nicht einfach nur Blut abnehmen will, sondern er will ihn direkt mal klonen. Ja, ja, das ist das nächste Ding, was er macht. Findet ihr das ernsthaft beeindruckender als seine Ansage von, ja, easy peasy, einfach Stammzellentransplantation und wir haben es. So, wo man schon beeindruckt ist, okay, krass, wie advanced, da sind ja zum Teil fortschrittlicher als wie in der echten Welt. Ich finde es halt auch so lustig, weil er hier direkt ja auch das verknüpft mit dem, naja, das ist halt praktisch so teuer, wie wenn ich halt einen Cyborg machen würde und wer wird zum Cyborg gemacht? Der gute alte Bär. Ja, als Bezahlung, ne? Ja, das ist generell so ein bisschen das, worüber viele, also ein bisschen im Internet, dass einige kritisiert haben, dass halt Vegapunk halt doch nicht so altruistisch ist, wie man dachte, sondern halt eben, ja, schon auch Gegenleistung haben will, damit man seine Forschung betreiben kann. Finde ich, jetzt geht so, weil er sagt ja selber, ey, es ist teuer und wir haben ja mitbekommen, auch durch die Satellites, dass er halt alles tut, um Wissenschaft zu betreiben, aber halt Wissenschaft nicht kostenlos ist und er irgendwie Funding braucht. Es wurde halt schon häufig in der Gegenwart auch irgendwie so erwähnt, dass das halt Geld kostet. Genau, und er ist halt, glaube ich, schon, dass er Bär helfen will, aber er hat jetzt keinen Bock, das selber zu bezahlen, so dieses, ey, dann bring's auf, ich helfe dir und dadurch, dass aber Bär wahrscheinlich nicht die finanziellen Mittel halt hat, ist es halt das, womit er bezahlen kann. Musst du mit deinem Körper. Dann bezahlen halt mit diesem Sprit-Shit oder geiler Ritt. Aber es gab diesen einen Joke bei King of Queens mit, wo, wie heißt der Freund von Doug, der, Deacon, Deacon, der dann halt irgendwie Schulden bei Arthur hat und dann meinte Arthur auch, ja, Warte mal, oder meinst du den kleinen Dicken? Nee, 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 ich mein Deacon. Den Nachbarn. Den Nachbarn, der meinte also, ja, du kannst es auch abarbeiten bei mir. Ja, ja, und dann wird's halt so ein Gnaven-Joke dann daraus gemacht, so wo ich mir denke, natürlich sagt Arthur sowas, Alter. Und so ähnlich wirkt das halt hier, so ja, okay, du kannst es nicht bezahlen, aber du kannst es auch abarbeiten, Bär. Wir haben andere Möglichkeiten dafür. Dann kommt praktisch das, wo wir direkt dran denken mussten, Benni. Yes. An Execute Order 66. Yes. Yes. Natürlich hier die Star Wars Attack of the Clones. Yes. Die Klonarmee wird hier ja praktisch so ein bisschen angedeutet von Vegapunk, dass er die Ausbeer schaffen will und ja, das geht ja dann am, da muss ich jetzt schon auf die letzte Seite springen, so weit, dass sie ja praktisch schon bei der Namensgebung angekommen sind, in dem sie ja so ein bisschen vorher auch erläutern, wofür die ja eigentlich gedacht sind, diese Klone. Und da finde ich halt schon sehr gut, wenn du das aufmerksam gelesen hast, dann sollten eigentlich schon viele Beschwerden aus dem Internet bereits erwähnt verschwinden, weil ja, auch dieses Paneel, wie Vegapunk da gezeichnet ist, mit diesem leicht schnippischen Blick sagt so, ja, du hast doch bestimmt kein Geld, oder? Wirkt auf den ersten Mr. Crabs Blick. Ja, es wirkt schon auf den ersten Blick. Klar, so ein bisschen wie, er wird sich jetzt seinen Vorteil da rausholen, aber man merkt ja sehr schnell, nicht nur, dass Kuma klar sagt, so ey, ich habe ja eh keine Wahl, es wäre jetzt dumm, das Angebot auszuschlagen. Auf der anderen Seite weiben die ja auch miteinander. Und man checkt sehr schnell, dass das, was Vegapunk will, ja auch etwas ist, was Kuma inspiriert, weil der sagt dann ja auch so, ey, wenn diese Leute, wenn diese Roboter, die wie ich auch sehen, am Ende halt irgendwie Menschen beschützen können, dann hätte ja mein Leben einen Sinn, dann hätte ja die Tatsache, dass ich geboren wurde, ja doch noch einen Sinn. Und das ist natürlich direkter Diss gegen Saturn. Schon bis heute sogar, durch die Zeit, ein Schlag in die Eier, weil dadurch, was Saturn dann veranlasst hat und durch dieses ganze Pazifista-Projekt und so, ist das ja tatsächlich der Fall gewesen und Saturn hat sich quasi selbst widersprochen, so indem er Kuma diesen Sinn zum Leben ja dann gegeben hat. Zwar klar, hier taucht er erst nur so auf mit, ja ja, wir werden mal gucken, wie wir das machen, aber es bezeichnet sich ja schon am Horizont ab, dass Saturn da noch seinen eigenen Flavor in diesen ganzen Plan bringen wird. Die Chemikalie X. Die Chemikalie X sozusagen. Reingrifft, wodurch die Pazifista zu den Powerpuff Girls werden. Genau, aber ich finde das schon irgendwie sehr Smartphone-Oder gemacht, weil hier wird natürlich auch wieder der Wert von Leben verhandelt und was ist so eine Lebenszeit wert und wie verwendet man die? Ja und ich finde Kuma kommt hier halt ganz zu einem interessanten Schluss, wenn er halt sagt, okay, mir wurde das jetzt mein ganzes Leben lang gesagt, so das wäre schon der ultimative Beweis, zu sagen so, ey, nee, es hat Sinn gemacht, dass es mich gibt. Ja, plus finde ich, dass halt, wir kriegen halt zwei Ideen, wofür diese Pazifista halt stehen sollen. Zum einen dieses, ey, Roboter oder eine Klonarmee, die halt Unschuldige beschützen soll vor bösen Piraten, nicht vor irgendwelchen Piraten, sondern vor bösen Piraten. Ach nee, wenn die jetzt auch noch Laser hätten, dann würden die alle weglaufen. Ja, dann hast du Laser doch und dann so gut. Es wird ja auch gesagt, ey, die sollen halt für Frieden stehen. Und dann hast du aber einen Saturn, der da halt sagt, so nee, 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 die sollen halt schon für den Krieg da sein und Waffen der Zerstörung sein. Also wo du halt weißt, ey, Saturn hat eine andere Idee für diese Pazifista und ich finde, Saturns Idee für die Pazifista ist eigentlich das, was wir gerade in der Gegenwart haben. So das repräsentieren die. Die wurden auf Marineford eingesetzt, um einfach nur zu vernichten. Da wurde nicht unterschieden, wer ist gut, wer ist böse, sondern da, die sind nur für die Zerstörung da. Und wir haben die Theorie jetzt schon seit Jahren, dass die Pazifista noch die Seiten switchen werden und sie ihrem Namen wirklich auch gerecht sein werden. Und ich finde gerade mit den Begriffen der Klonarmee und auch, dass Bear und Vegapunk sich diesen Namen dafür ausgedacht haben, spricht ja dafür. Also, dass gerade die Pazifista nicht für das eingesetzt werden, wofür sie ursprünglich konzipiert waren. Das ist hier das Allersweeteste, wo sie am Ende dann drauf kommen, so ja, wenn du doch so ein Pazifist bist, dann nennen wir sie Pazifistas. Das fand ich schon ziemlich geil. Ich auch. Aber generell, diese ganze letzte Seite, die ist so smart, finde ich, aufgebaut, angefangen von diesem, so ey, ganz ehrlich, wenn ich Bonny heilen könnte, würde ich halt sogar einen Deal mit dem Teufel eingehen, wo dann daraufhin ja noch Vegapunk erwidert, ja, du bist ja echt ein Heiliger, so, was ja eh schon mal so ein interessanter Austausch ist, so, okay, wenn du einen Deal mit dem Teufel eingehst, bist du ein Heiliger. Cut zum heiligen Land, Mary Joa, wo der Teufel sitzt. Literally ein Dämon, ein ekliger Spinn-Dämon, dessen Blick Leute tötet. Ja. Und gerade den Satz ausspricht, der Wert einer Waffe wird dadurch bemessen, wie viele Leute es töten kann, so, und halt literally diesen Teufel darstellt, mit dem Kuma ja dann noch den Deal am Ende eingehen wird, ne, während die dann noch ganz unten sehr naiv fast schon, ne, die Zukunft sich ausmalen, wie es werden könnte, haben halt im Hintergrund eben diese, ja, treibende Kraft, äh, die, ja, ihre eigenen Pläne schmiedet und wie du richtig gesagt hast, Benni, wir wissen, dass zumindest zum großen Teil diese Version ja dann auch Wahrheit wird, dieser Tour in deinem Kopf hat, ne, mit den Waffen, die keinen Willen mehr haben und dann sogar noch einen Schritt weiter, äh, mit, ne, die Möglichkeit müssen wir nutzen, äh, dann halt wahrscheinlich auch Kuma aus, äh, unschädlich zu machen. Ja. Ja, plus ganz unten steht ja dann noch, ey, die beiden wollten nur Frieden. Ja. Und was halt dann dieses, was suggeriert, haha, so kommt's natürlich nicht, zumindest aktuell nicht. So, und ich finde halt, weiß ich nicht, auch dieses, die, äh, Gurusei oder die, die Tenryubito werden ja Saints genannt und Vegapunk gibt ja, die repräsentieren ja nicht das, die sind ja keine Heiligen, so, aber ein Vegapunk nennt halt eben einen Bär, so, dass er es halt ist. Weil er es halt wirklich ist. Weil er es halt wirklich ist, ne. Und, ja, ich finde es halt einfach, zum einen fand ich das Chapter wunderschön, weil es halt eben diese Theorie mit, ey, die Pazifister werden noch die Seiten switchen, halt einfach noch mehr Antrieb gibt, dass das halt in der Gegenwart jetzt bald passieren wird. Zum einen ist es aber auch, wie Viktor gerade das sehr schön beschrieben hat, so gut inszeniert wieder, ne, von, wie die Panelstruktur ist und das, oder da halt, ja, zwischen diesen Locations einfach switcht und wir da halt dann den wahren Teufel sehen, die aber als Heilige dargestellt werden und eigentlich die Heiligen, mehr oder weniger, vielleicht die D-Träger, die andere nur zum Lachen bringen wollen, und die ja als Teufel irgendwie dargestellt werden. sind ja auch die Teufel. Und zusätzlich, finde ich, wird jetzt ja hier auch schon sehr schön auch so ein bisschen die Brücke auch wieder zur Gegenwart geschlagen, indem wir jetzt ja wirklich auf den letzten Seiten so vier Protagonisten dieses gegenwärtigen Arcs halt einfach haben. Es destilliert sich wieder so runter, ne, von den ganzen anderen Strängen, die so auf sind, merkst du, okay, nee, am Ende geht es dann doch um diese Gegenwartsfiguren. Das ist schon cool gemacht. Ja, und zum anderen, ich finde auch dieses, dass du sagst, ey, ich würde sogar den Deal mit einem Teufel machen, klar, das impliziert Saturn hier natürlich jetzt, dass er das machen wird, aber es könnte ja auch implizieren, weil eben die Tenryubitu halt die D-Träger als Teufel bezeichnet, dass er eben mit Ruffy sich halt verbünden wird, die halt eben auch als Teufel dargestellt werden. Das ist halt der gute Deal mit dem Teufel dann sozusagen. Und dass er halt beide Deals hatte, einmal mit Saturn und einmal den halt mit Ruffy, weil das ist ja auch schon das, was wir jetzt länger vermuten, Kuma wird in der Gegenwart irgendwie die Trommeln der Befreiung hören. Ob er dabei conscious ist, also sein Bewusstsein wieder bekommt, was ich hoffe, weil diese Tatze wahrscheinlich nicht umsonst eingebaut wurde, nicht nur damit Bonnie ihre Time kriegt mit Bear, sondern eben damit Bear vielleicht sein Bewusstsein auch wieder kriegt. Und vielleicht haben Vegapunk und Bear so vorgesorgt. Und dafür immer noch diese Erinnerungsblase, die ist dafür wichtig. Genau, dass die halt sozusagen, dass wir die Fusion sozusagen kriegen und Bear zumindest für ein paar Chapter sein Bewusstsein wieder kriegt. Und wie Henry schon richtig gesagt hat, dass diese vier Charakter halt einfach relevant sein werden. Ich glaube tatsächlich noch nicht, dass im nächsten Chapter wir in die Gegenwart switchen oder vielleicht zum Ende des Chapters. Vielleicht zum Ende des Chapters. Aber ich will noch einmal den Deal sehen, den er mit Saturn dann abschließt. Und ich glaube, das ist das, was der Sieben Samurai-Ernennung muss sein. Er muss noch ein Samurai werden. Das ist halt das Tragische, ganz kurz, sorry. Das Tragische ist ja, er muss dem ja einwilligen. Ja. Er muss dem einwilligen und aktiv sagen, ja, leg los. So, und deswegen frage ich mich, was ist das alles, was ihn dann dazu treibt, so zu tun, wie es tut Bonny? Ich glaube, es ist wirklich Bonny, weil es wird ja gesagt, wahrscheinlich, weil er sagt ja, ey, um Bonny zu heilen, würde ich auch dir mit dem Teufel heilen. Wahrscheinlich wird Saturn sich einmischen, damit sie nicht geheilt wird. Und er sagt ja auch wiederum die Tränen von Bonny in der Gegenwart. Genau. Und plus, du kriegst ja dann, weil sie weiß ja nicht, sie glaubt ja, Vegapunk hat, Bonny wird das nicht mitkriegen, dass das passiert. Ja, Vegapunk baut ihn auch um. Genau. Er macht das auch. Er baut ihn ja um. Weil er muss. Weil er muss. Und wir wissen jetzt, bevor der Flashback gestartet ist, hört sie ja in der Erinnerung, dass Saturn da mitgeredet hat. Das heißt, wahrscheinlich war er bei dem Umbau vielleicht sogar dabei. Also dass er irgendwie, das heißt, er muss von Mary Joa irgendwie dahin kommen, wo die jetzt sind. Ja, so wie dieses Mal. So wie dieses Mal. Von Mary Joa nach Hackett. Das heißt, er ist wieder auf Hackett und dann könnte, und das macht Oda ja sehr, sehr gerne, dass er im Flashback eine Situation erschafft, an derselben Location, um dann den Switch wieder in die Gegenwart zu bringen, wo die wieder in derselben Location sind, um dann sozusagen halt, ja, dass das halt full circle irgendwie halt geht. Das ist schon smart. Und ich glaube tatsächlich, wenn das nächste Chapter wirklich in die Gegenwart geht, dann zum Ende hin. Aber gleichzeitig hoffe ich einfach, dass es eher im übernächsten Chapter dann in die Gegenwart geht, weil du dann den Moment kriegst, dass Bär in der Gegenwart wiederkommt und Bonnie rettet. Ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, wo ist der Money Shot? Wo ist der Chapter 1100 Shot, Brudi? Darum geht es, glaube ich, ganz groß. Aber der ist nicht ganz ehrlich. Also da, Chapter 1000, ja. Ich glaube schon, dass das Ding wird. 1900 war nichts, 700 war nichts, 600 war nichts. 700 war die Flotte? Nein. 800 war die Flotte. 800 war einfach, ey, guck mal, da ist Dressrosa. 900 war, ey, Big Mom tanzt da auf Whole Cake rum. Also es gibt ein paar, es gibt 500.000, die waren krass, 100 war krass. 200 ist Wasser Ruffy. So 300 ist, 300 ist Skypiea geht vorbei. 400, das hatten wir ja jetzt neulich. 400 ist einfach, ey, wir kommen gerade in Ines Lobby an, beziehungsweise kommen in diesem Turm, an. Das ist halt, nicht jeder Round Number ist was Großes, aber eigentlich, aber der Hype ist real. Aber ich meine, an und für sich bietet sich da wirklich an, dass dann vielleicht mit der letzten Seite der Switch zur Gegenwart kommt. Ich finde, ich würde es, ja, ich persönlich würde es mir nicht wünschen. Ich hoffe echt, dass es irgendwie eher was, dieser Umbau vielleicht am Ende ist, weil wir haben gerade echt viele Plotpunkte noch angesprochen und die noch passieren müssen und wie Victor richtig gesagt hat, was wird der Money Shot sein, den Oda halt benutzen wird, ob jetzt bei Chapter 1100 oder wenn es wieder in die Gegenwart geht, weil wir wissen, dass Bonnie angeschossen oder kurz vorm Angeschossen sein wird, ist und ich glaube schon, dass der Money Shot dann halt ist, dass Bersi rettet so und dass das dieser grandiose Moment ist, auf den wir gewachsen sind. So eine Blase, so ein Urso-Schock, irgendwas muss passieren so und nicht einfach, ey, wir sind wieder in der Gegenwart so und dann Chapter ist zu Ende. Ey, die sind ja auch, wir sind ja gewechselt, da hat Saturn schon Feuer gesagt. Genau, genau. Wir müssen ja quasi zwischen dem Schuss und dem Gerettetwerden von Bonnie starten, damit Sinn macht. Also es ist wirklich eine Last-Second-Szene. Du wirst es halt wieder diesen Schrei oder diese Szene haben, ey, feuert, also dass man wieder den Callback dazu hat und dann muss was passieren. So und Raffi liegt auf dem Boden, der wird nichts machen können. Der kann grad nicht. Der kann grad nicht und man, der ganze Flashback dreht sich um Bartolomeus Pär. Beziehungsweise, der wurde doch noch von Frankie eingesammelt oder nicht? Kann sein. Der wurde doch gerettet, der sollte doch gekillt werden. Stimmt, stimmt, der hat ja ihn nicht zu sich gezogen. Der hat ihn zu sich gezogen, stimmt. Und Kizaru ist ja immer noch K.O., der kann ja auch nicht. K.O. Was ich übrigens noch ziemlich cool fand, das ist mir dann noch zum Ende, finde ich, von den Chaptern nochmal richtig klar geworden, wo Vegapunk seine Vision von so einem Pazifistas und so ja auch teilt. Das ist ja schon eine krasse Parallele, also die krasseste Parallele, die wir haben, außer dem Aussehen zu eben dieser ganzen Albert-Einstein-Figur, weil da lief's ja ähnlich. Da hattest du ja, weil Albert-Einsteins-Arbeit ist ja im Endeffekt die, die den Grundstein für die Atombombe gelegt hat und in seinem Kopf der war ja auch Pazifist so und in seinem Kopf sollte das auch nicht dafür genutzt werden, um halt jetzt sowas wie die Abwürfe im Zweiten Weltkrieg oder sowas zu ermöglichen, aber es wurde dann eben als Massenvernichtungswaffe ja mehr oder weniger missbraucht und dann auch gebaut und benutzt, ohne dass ja er das eigentlich so sich gewünscht hat oder sich so vorgestellt hat, als er halt diesen Research betrieben hat sozusagen und das ist ja genau das gleiche Schicksal, das Vegapunk auch erfährt, diese Pazifistas werden halt, genau wie du's halt wunderschön gesagt hast, Benni halt vorhin, genutzt, gerade Marineford, um halt einfach links und rechts Mord zu veranstalten und halt Massenvernichtung zu schaffen und das ist halt ja auch so ne so ne Tragik, die aus der echten Welt gegriffen worden ist hier, was aber auch eben komplett Sinn macht. so und auch finde ich Vegapunk als Charakter nochmal gut definiert, gerade von den Menschen, die sich ständig halt fragen, ist er jetzt ein Guter oder ist er ein Böser, na jetzt wieder mit dieser Gier-Diskussion sage ich mal so, nee, Vegapunk ist einfach Vegapunk, der hat Ideale und ist eigentlich jemand, der auch Frieden will, aber der eben dadurch, dass er diese Macht in Form von Wissenschaft und seinem Kopf halt hat, einfach, ja, manchmal ungewollt Dinge hervorbringt sozusagen, die da missbraucht werden können. Ja, plus, ich finde, das zeigt auch einfach, wie Oda seine Geschichten erzählt, weil einfach, der Mann kriegt es halt hin, selbst irgendwelchen seelenlosen Robotern dann am Ende eine Charakterisierung zu geben, dass wir uns halt fragen, ey, sind die gut, sind die böse, aber eigentlich sehen sie alle nur aus wie ein Charakter, der uns interessiert und dass trotzdem das so ein Major-Plotpunkt wird. So, und da bin ich halt gespannt, wie Oda das auflösen wird. Ich vertraue da völlig drauf, weil er zeigt hier genau mit diesem Flashback, dass er weiß, was er tut und dass er weiß, wohin der Charakter-Arc hingehen soll und was der Pay-Off sein wird. Wie viele von den 20 Vermutungen, die wir jetzt aufgestellt haben, passieren werden, werden wir dann sehen. Muss man halt schauen, so. Eine Kleinigkeit würde ich noch kurz erwähnen und dann können wir, glaube ich, auch zu Ende hier mit dem Podcast sein. Sentomaro und Bonny freunden sich noch an. das war süß. Das ist noch sehr sweet in dem Chestnut. Sentomaro im Start, aber nicht Kizaru. Aber nicht Kizaru, ne? Der war wahrscheinlich im Dienst. Ne, ja genau. Und Vegapunk erzählt ja schon, ja, Laser und so, die will ich ausstatten. Das heißt, die sind ja schon befreundet wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich hat er sich das jetzt geholt von Kizaru und jetzt will er halt seine neue Errungenschaft auch irgendwo einsetzen. Und ich finde es halt so witzig, wie halt Vegapunk da halt steht, wo sein Kopf wie so eine Herz-Shape aussieht, wo er da mit seinen Fingern so pschu, pschu, pschu und dann siehst du halt auch noch die Sterne, die so fliegen. Das erinnert halt einfach an Ruffy, Chopper und Frankie, die dann halt genauso und Lissop, der auch Fan ist. Ich fand, ein Bild gab es von ihm, das war auf der vorletzten Seite, so, ich finde, sein Kopf sieht halt aus wie ein Reißverschluss. Ja, das habe ich auch. Für das Paneel mit den Haaren so links und rechts. Das wäre der Reißverschluss, das Paneel auf. Wird Zeit, dass er seine Satelliten baut. Das ist so echt. Bring mal deine Frisur in Ordnung. Ja, da kommt Situation da. Aber ich bin gespannt, wie das ausgehen wird, ob oder vielleicht im nächsten Chapter endlich mal wieder eine Jahreszahl droppt, also vor wie vielen Jahren wir dann halt sind und ja, wie Saturn jetzt wieder eingebaut wird, weil der wird jetzt wahrscheinlich im nächsten Chapter relevant werden. Also ich hoffe wirklich, weil es würde wenig Sinn machen, das noch im Dunkeln zu lassen. Save. Ich hätte wirklich gerne jetzt dann auch Letztklarstellung, wie kam es dazu, was war der Dialog mit Saturn. Und der sieht immer noch so aus wie vor 30 Jahren, Alter. Vor 38 Jahren. Das ist halt immer noch derselbe Dude. So, daher mal schauen, was Oda nächste Woche bei Chapter 1100 droppt, denn es ist kein Break. Wahrscheinlich wird danach wieder einer sein, aber ja. Wir nehmen erst mal, was wir kriegen. Wir nehmen das, was wir kriegen. Also freut euch, nächste Woche geht's dann hoffentlich mit dem Flashback weiter. Bit juicy. Auf jeden Fall. Und so nähern wir uns dann ja auch langsam, wahrscheinlich nach 1100 dann wirklich dem Jahresabend, sozusagen, wo dann die Kapitel gezählt sind, ein paar mehr Banner Talks kommen und vielleicht, vielleicht ist sogar der ein oder andere Urlaub für uns drin ist. maybe. Ey, ich glaube, das ist sogar, lasst mich lügen, aber ich glaube, es ist der 49. oder Podcast, den wir dieses Jahr schon aufgenommen haben oder der 48. Also, das Jahr 52 Wochen, ich sage es mal so. 53, wenn man die Übergangswoche noch zählt. Ich glaube, dieses Jahr wirklich keine Woche ausfallen lassen. Crazy. Das ist schon krass. Es gab Wochen, wo du nicht dabei warst und du hast trotzdem genutzt. Ey, wirklich, keinen Podcast ausfallen lassen. Ich hatte immer das Gefühl, wir hatten so eins, zweimal im Jahr, wo wir dann immer gesagt haben, ja, dann halt mal nicht so irgendwie, aber jetzt. Das waren die letzten Jahre. Ja, aber eventuell wird das halt zur Weihnachtszeit mal kommen, aber Chapter Talks werden weiterhin nicht ausfallen. Nee, das eh sowieso nicht und mal gucken, wie das zwischen den Jahren ist. Vielleicht ertüchtigen wir uns dann und haben irgendwie so einen Bänder-Talk extra oder so noch in der Hinterhand, den man rausschmeißen kann. Wie schon gesagt, lasst euch dann überraschen, wie das wird. Wir wollen uns nicht mit Geheimnissen, mit Versprechen an irgendwelche Steineketten, die wir nicht tragen können. Ich glaube trotzdem, ich freue mich auf die zwei, drei Chapter, die dieses Jahr noch erscheinen werden. Eins wird eh zwischen den Jahren erscheinen. Darüber werden wir wahrscheinlich irgendwie da reden müssen. Na klar. Das ist immer das Post-Weihnachtsgeschenk, was man dann immer noch kriegt. Ja, aber dann würde ich sagen, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Wir haben fast die zwei Stunden wieder geknackt und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.